Von allen Fehlern, die Stalin in seiner dilettantischen Außenpolitik beging, war die Berliner Blockade der größte. Nachdem ihm nichts eingefallen war, um die Eingliederung Westdeutschlands in den entstehenden Westblock zu verhindern, griff er zum alten russischen Hausmittel der Gewalt. Die Geiselnahme der Stadt Berlin war sein letzter Versuch, die Gründung des westdeutschen Staates zu vereiteln. Er endete mit einer verheerenden Niederlage für den Roten Zaren. Stalin unterschätzte die doppelte Entschlossenheit der Westmächte, sich erstens durch die Blockade nicht von ihren Deutschlandplänen abbringen zu lassen und zweitens Westberlin zu halten. Er unterschätzte ferner den Widerstandsgeist der Berliner, die vor der russischen Gewalt nicht weichen wollten. Die Blockade machte aus Amerikanern und Deutschen erstmals wirkliche Verbündete und sie kostete die Sowjetunion die letzten Sympathien, die sie außerhalb der kommunistischen Partei noch in Deutschland besaß. Sie belastete die sowjetische Politik mit dem Brandmal unverhüllter Erpressung und zerstörte für Jahrzehnte alle Ansätze zu einer Verständigung. Zu alledem erreichten die Sowjets nicht, was sie wollten. Am Ende der Blockade standen sie vor der Bundesrepublik Deutschland und vor einer geteilten Stadt Berlin, in deren Westteil sie jeden Einfluss verloren hatten. Verloren war mit der Teilung Berlins allerdings auch das letzte Stück deutscher Einheit. Die Blockade überraschte weder die Alliierten noch den Berliner Magistrat. General Klee hatte schon damit gerechnet, als in London die Gründung des Weststaates beschlossen wurde. Den Vorwand zur Verhängung der Blockade bot den Russen die westliche Währungsreform. Am 18. Juni wurde sie im Westen verkündet. Wenige Stunden später befahl die sowjetische Militäradministration die Einstellung des gesamten Personenverkehrs zwischen West- und Ostdeutschland. Der Güterverkehr war zunächst noch nicht betroffen. Gleichzeitig verbot der russische Militärgouverneur Marshal Sokolowski die Einführung der neuen Westmark in die sowjetische Besatzungszone und im Gebiet von Groß-Berlin. Drei Tage blieb das Schicksal Berlins noch in der Schwebe. Drei Tage brauchten die Russen, um auch in ihrer Zone eine Währungsreform aufzubauen. Sie bestand darin, dass die alten Geldscheine mit Coupons überklebt und wie im Westen 1 zu 10 abgewertet wurden. In diesen drei Tagen führten die Westmächte ein letztes Scheingefecht um die Einheit Berlins. Sie nahmen die vier Mächteverhandlungen im Finanzdirektorium des Kontrollrats, die sie bis dahin selbst boykottiert hatten, wieder auf und schlugen eine Sonderwährung für Berlin vor. Aber im Grunde wollten die Westmächte keine Einigung, die eine russische Mitsprache einschloss. Bei Einführung der Westmark in West-Berlin verhängten die Sowjets die totale Blockade. Sie ließen infolge einer technischen Störung, wie es hieß, den gesamten Personen- und Güterverkehr auf der Straßen- und Eisenbahnstrecke Berlin-Helmstedt, der einzigen damals bestehenden Verbindung mit dem Westen, einstellen. Es folgten die Sperrung der Wasserstraßen, die Einschränkung der Gas- und Stromlieferungen an die Berliner Westsektoren, die Stilllegung von 19 Wasserpumpwerken. Damit war West-Berlin mit 2,5 Millionen Einwohnern vom Westen abgeschnitten und seiner Versorgung aus dem Osten beraubt. Es blieb nur noch ein Weg offen. Der durch die Luft. Einen Tag nach Blockadebeginn landeten die ersten Transportmaschinen der US Air Force mit Lebensmitteln auf dem Tempelhofer Feld. Ein neues Wort wurde populär. Die Luftbrücke. Die Blockade Berlins stellte den einstigen Pionieroffizier und Nachschubstrategen Clay vor die Aufgabe seines Lebens. Die nächsten elf Monate wurden der Höhepunkt seiner Laufbahn und machten ihn zum Helden der Stadt. Zunächst zeigte Clay Flacke auf der Straße. Er organisierte Verkehrsstreifen im US-Sektor und ließ alle Russen anhalten, die zu schnell fuhren. Am zweiten Tag der Blockade machten seine Jungs einen großen Fang. Sie erwischten Marschall Sokolowski auf der Fahrt zu seiner Babelsberger Residenz. Clay, seine Leibwachen begingen den Fehler mit der Waffe in der Hand herauszuspringen. Unsere Streife setzte Sokolowski unverzüglich ein Gewehr auf die Brust. Beinahe eine Stunde lang wurde er festgehalten, bevor ein amerikanischer Offizier eintraf, der ihn auf freien Fuß setzte. Eine Woche später stand Clay dem Marschall in Babelsberg gegenüber. Die drei westlichen Militärgouverneure sollten im Auftrag ihrer Regierungen Kontakt mit dem sowjetischen Oberbefehlshaber aufnehmen. Sokolowski empfing sie eisig, besonders den Mann, dessen Soldaten ihn gedemütigt hatten. Die westlichen Gouverneure fragten, wie lange die Blockade denn dauern würde. Sokolowski gab darauf keine Antwort, aber er erklärte seinen Kollegen, dass es nicht nur um die Währungsreform, sondern auch um den westdeutschen Staat ginge. Nach genau 30 Minuten verabschiedeten sich die Besucher aus dem Westen. Sie wussten nun, woran sie waren. Die Alliierten trotzten der Blockade und bauten die Luftbrücke aus. Der Rekord wurde im April 1949 mit 13.000 Tonnen Fracht an einem einzigen Tag erreicht. Alle 63 Sekunden landete eine Maschine auf einem der drei West-Berliner Flugplätze. Dennoch konnte die Luftbrücke nicht mehr als das Existenzminimum der Berliner sichern. Die noch in Trümmern liegende Stadt sank erneut in Agonie. Aus Mangel an Energie mussten zahlreiche Betriebe schließen. 150.000 Menschen waren arbeitslos. Das Leben war grau und bitter. Es gab kaum Kohle und nur vier Stunden Strom am Tag. In diesen entbehrungsreichen Monaten wuchs die Erbitterung einer ganzen Generation Berliner gegen die Russen und wurde an die Kinder weitergegeben. Westberlins führender Sozialdemokrat Ernst Reuter rief zum Durchhalten auf. In Berlin ist es kalt, aber in Sibirien ist es noch kälter, sagte er. Damals boten die Sowjets allen Westberlinern an, über die Lebensmittelstellen im Ostsektor die höheren Ostrationen zu beziehen. Von 2,5 Millionen Westberlinern machten gerade 85.000 von dem Angebot Gebrauch. Das waren noch nicht einmal vier Prozent der Bevölkerung. Die Blockade war ein Pokerspiel. Einsatz waren die Nerven der Berliner. Weder die Russen noch die Amerikaner wollten das Spiel überreizen. Nach einem ergebnislosen Notenwechsel klopften die Westmächte beim Kreml an und ließen ihre Botschafter um ein Gespräch mit Stalin bitten. Am 2. August 1948, abends um 9 Uhr, empfing der Georgier die drei Diplomaten. Er war bester Laune und hörte geduldig zu, als General Bedell Smith, der US-Botschafter, erklärte, eine Blockade sei doch wohl nicht der geeignete Weg, Meinungsverschiedenheiten zu klären. Stalin war höchst erstaunt. Es sei nicht seine Absicht, die Westalliierten aus Berlin zu vertreiben. Schließlich sind wir trotz allem noch Verbündete. Stalin, schreibt Bedell Smith weiter, lehnte sich in seinen Sessel zurück, zündete sich eine Zigarette an, lächelte mir zu und sagte, Wollen wir die Sache heute Abend noch regeln? Natürlich wollte das der Botschafter. Stalin schlug vor, die Ostmark als alleiniges Zahlungsmittel in Berlin einzuführen, dafür die Blockade aufzuheben und den Verzicht auf eine westdeutsche Regierung nicht mehr zur Bedingung zu machen. Das war ein unerhörtes Angebot. Bedell Smith, wir waren außerordentlich ermutigt und hatten den Eindruck, dass eine Regelung der Berlin-Krise sofort erreicht werden könne. Aber wie schon in früheren Konferenzen, korrigierte der sowjetische Außenminister Molotow die konziliante Haltung seines Chefs. In den nachfolgenden Verhandlungen bestand der Außenminister wieder auf einer Vertagung der westdeutschen Regierungsbildung. Und als die Botschafter drei Wochen später abermals um eine Audienz bei Stalin baten, holte auch der Kreml-Chef diese ursprüngliche Bedingung wieder hervor. Bedell Smith, wir hätten in 15 Minuten zu einer Vereinbarung kommen können, wenn wir den Verzicht auf die Londoner Empfehlungen angeboten hätten, aber dies war natürlich für uns unmöglich. Das Gespräch verschaffte Stalin die Gewissheit, dass die Westmächte den geforderten Preis nicht zahlen würden. So versuchte er noch einmal wenigstens die Währungskontrolle über Berlin zu gewinnen und kam auf seinen ersten Vorschlag zurück, Abzug der Westmark gegen Aufhebung der Blockade. Die Westmächte waren im Prinzip einverstanden, zumal die Ostmark bis dahin auch in Westberlin parallel zur Westmark vollgültiges Zahlungsmittel war. So beauftragten die vier Besatzungsmächte, ihre Militärgouverneure eine entsprechende Vereinbarung auszuarbeiten. Zum ersten Mal seit Ende des Kontrollrats traten die vier Gouverneure wieder zu Verhandlungen zusammen. Es sollte auch das letzte Mal sein. Die Vereinbarung scheiterte an unannehmbaren Detailbedingungen beider Seiten. Die Westmächte verlangten ein Kontrollrecht über die Ostsonale Notenbank und die Sowjets verlangten ein Kontrollrecht über den Luftverkehr und den Außenhandel Berlins. Den Ausschlag für das Scheitern der Verhandlungen aber gab Ernst Reuter. Er organisierte die größte Massenkundgebung seit Kriegsende in Deutschland. 350.000 Berliner versammelten sich vor der Ruine des Reichstags. Mit heiserer Stimme, die Baskenmütze wie immer schräg auf dem Kopf, hielt Reuter seine aufpeitschendste Rede. Wir wissen, worum es heute geht bei den Verhandlungen im Kontrollratsgebäude. In allem diesem Handeln und Verhandeln wollen wir Berliner kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen, uns kann man nicht verhandeln, uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solchen tapferen, standhaften Volkes einen faulen Kompromiss zu schließen. Was dann geschah, hat Reuter vermutlich nicht gewollt. Die aufgeputschte Menge holte die rote Fahne, das Wahrzeichen des Sowjetsektors vom Brandenburger Tor, und versuchte, in den Ostsektor einzudringen. Es kam zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und sowjetischen Soldaten, die schließlich zur Schusswaffe griffen. Ein 15-jähriger Junge wurde getötet. Mit diesem Tage endeten die Verhandlungen zwischen West und Ost über die Einstellung der Blockade. Reuter hatte sich durchgesetzt. Die Westmark blieb, die Blockade ging weiter. Aber dazu kam jetzt auch noch die Spaltung der Stadt. Als Stalin sah, dass weder die Westmächte noch die Berliner irgendeinen Preis zahlen wollten, beschloss er wenigstens, den Ostteil der Stadt fest in sein Imperium einzugliedern. Die Auflösung des Stadtparlaments von Groß-Berlin, das im Ostsektor seinen Sitz hatte, zerstörte die letzte Klammer, die die vier Sektoren noch zusammengehalten hatte. Mit Einbruch des Blockadewinters, des Schlimmsten seit dem Ende des Krieges, fanden Wahlen in West-Berlin statt. Sie brachten der SPD 64,5 Prozent aller Stimmen. Und Reuter den Triumph seines Lebens. Jetzt konnte er offiziell sein Amt als Stadtoberhaupt antreten, auch wenn er nur noch zwei Drittel Berlins regierte. Stalin musste einsehen, dass er die Partie endgültig verloren hatte. Die Blockade hatte ihm nichts anderes eingebracht, als die Unterwerfung des Ostsektors Berlins. Dafür musste er einen immensen Preis an Prestige und politischem Kapital bezahlen. Als die Blockade unter der Bedingung abgeblasen wurde, dass die vier Außenminister noch einmal über die deutsche Frage reden sollten, hatte der Westen über den sowjetischen Block triumphiert. Am 12. Mai 1949 um 0 Uhr hoben sich die Schranken zwischen Berlin und dem Westen. Nach 322 Tagen der Entbehrung war die Blockade beendet. Ein unbeschreiblicher Freudentaumel erfasste Berlin. Die ganze Not, die Angst und die Demütigung seit Kriegsende entluden sich in einem Siegesrausch, in dem alles Augenmaß verloren ging. Es war, als rächte sich Berlin für die Eroberung von 1945. Zum ersten Mal seit ihrem Vormarsch an die Elbe hatte die Sowjetunion vor aller Augen eine Niederlage erlitten. Ernst Reuter und die Masse der Berliner sahen im Zusammenbruch der Blockade das Signal zum Gegenangriff. In seinem Aufruf am 12. Mai sagte Reuter, Der Versuch, uns auf die Knie zu zwingen, ist gescheitert. Im Osten Berlins muss die Freiheit genauso hergestellt werden wie im Westen. Die Agenten einer fremden Macht, die dort unser Volk mit fremder Unterstützung sich unterworfen haben, werden wir dahin schicken, woher sie gekommen sind. Niemand und nichts wird uns hindern können, diesem ersten Sieg, den zweiten, folgen zu lassen, der unseren Brüdern im Osten die Freiheit bringt und damit Berlin endlich zu einer wirklich freien Stadt macht. Hier irrte Reuter. Die Westmächte, denen er den Sieg verdankte, dachten niemals daran, ihm auf dem Weg nach Osten zu folgen. Sie hatten ihre Interessenssphäre abgrenzen wollen, das war ihnen gelungen. Sie hatten nicht die Absicht, sich mit ihrem ehemaligen Verbündeten wegen der deutschen Einheit zu schlagen. Konrad Adenauer war bereits 73 Jahre alt, als er Bundeskanzler wurde. Er hatte von 1906 bis 1933 bereits in seiner Heimatstadt Köln eine erfolgreiche politische Laufbahn absolviert, die ihm als Kölner Oberbürgermeister seit 1917 so viel Ansehen eintrug, dass er 1926 als Kandidat für das Amt des Reichskanzlers im Gespräch war. Als demokratischer Politiker, von entschieden christlicher Prägung, wurde Adenauer von den Nationalsozialisten aus seinen politischen Ämtern entfernt. Die Distanz zur nationalsozialistischen Ära und der konsequente Rückzug ins Privatleben ermöglichten ihm nach 1945 die politische Tätigkeit wieder aufzunehmen. Die erste Regierung war in 13 Ressorts gegliedert. Von den klassischen Ministerien fehlte wegen der alliierten Vorbehaltsrechte das Auswärtige Amt. Für die drängenden aktuellen Aufgaben wurden Ministerien für Wiederaufbau, für Vertriebene, für gesamtdeutsche Fragen und für Marschallplan gebildet. Hauptsprecher der Opposition im Bundestag war der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei, der SPD-Abgeordnete Dr. Kurt Schumacher. Ein leidenschaftlicher, kämpferischer Demokrat, der von 1933 bis 1944 von den Nationalsozialisten im KZ festgehalten worden war. Am 7. Oktober wurde die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, gegründet. Die Ostzone war nicht ganz halb so groß wie die drei Westzonen, besaß aber nur ein knappes Drittel ihrer Bevölkerung. Sie konnte sich noch weniger als die Westzonen auf autarke Strukturen stützen. Auch unter einem milderen Besatzungsregime hätte sie sich kaum aus eigener Kraft als Staat stabilisieren können. Jetzt, nach vierjähriger russischer Besatzung, aber war sie nichts anderes als ein ausgebluteter Torso. Das Gebiet der Ostzone war einst die Mitte Deutschlands gewesen. Schnittpunkt der Wirtschafts- und Verkehrsstränge, die von Breslau nach Hamburg, von Königsberg über Berlin nach Köln liefen. Jetzt waren die Stränge gekappt. Die Mitte war zum Osten geworden, ein isoliertes Gebiet abgeschnitten vom schlesischen Hinterland, von den pommerschen und ostpreußischen Kornkammern, von der Rohstoff- und Energieversorgung aus dem Westen. Zudem hatte Stalin seiner Besatzungszone das volle Joch der 10 Milliarden Dollar Reparationen auferlegt, die ursprünglich Gesamtdeutschland zugedacht waren. Erst 1950 reduzierte er die Summe auf Bitten der Regierung der DDR um 3 Milliarden und 1954 erließ er ihr den Rest, wobei nach Schätzungen westlicher Wirtschaftler die 10 Milliarden voll, wenn nicht sogar überbezahlt waren. So traf anfangs die Ostzone die ganze Wucht der sowjetischen Demontagen und Produktionsentnahmen. Vor dem Krieg waren Berlin und Sachsen die bedeutendsten deutschen Industriezentren nach dem Ruhrrevier. Im Gebiet der Ostzone wurde fast die Hälfte aller Werkzeugmaschinen, ein Drittel aller Automobile und der Großteil der optischen und feinmechanischen Geräte hergestellt. Nach Kriegszerstörungen und Demontagen war die Ostzone teilweise auf den Stand des 19. Jahrhunderts zurückgefallen. Vom Werkzeugmaschinenbau verblieben 15 Prozent, vom Automobil- und Motorenbau 10 Prozent der Kapazität. Nicht demontierbare Großanlagen wie Bergwerke und chemische Anlagen wurden in sowjetische Aktiengesellschaften, SAG, verwandelt und arbeiteten auf russische Rechnung. Sie machten über ein Viertel der verbliebenen Industriekapazität aus und wurden erst 1953 an die DDR zurückgegeben. Unter diesen Verhältnissen war der Ostsektor auch politisch zur Wüste geworden. Die Russen konnten nicht mehr hoffen, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, falls sie das überhaupt je beabsichtigt hatten. Nach vierjähriger Besatzung hatten sie das letzte politische Kapital verspielt. Es gab außer dem Moskauer Kern der SED-Führung kaum noch jemanden, auf den sie sich verlassen konnten. Es schien ein aussichtsloses Unternehmen aus dieser ausgepowerten, feindseligen Besatzungszone einen Staat machen zu wollen. Auf russische Unterstützung konnte die Ostzone nicht rechnen. Sie musste sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Die SED, die zwangsvereinigten Kommunisten und Sozialdemokraten, beschlossen einen ersten Zweijahresplan. Das Ziel war bescheiden und schien dennoch unerreichbar. Bis Ende 1950 sollte die Produktion auf 81% des Standes von 1936 steigen. Als der Plan verkündet wurde, betrug selbst die Produktion von Ziegelsteinen nach DDR-Quellen nur 16% von 1936. Das Mittel zur Produktionssteigerung übernahm die SED von den Russen. Es war üble Menschenschinderei. Aber eine andere Möglichkeit gab es nicht. Nach dem Muster des russischen Grubenarbeiters Alexei Stachanov, der 1935 die Übersollkampagne in der Sowjetunion einleitete, baute die SED einen deutschen Wunderarbeiter auf, den Hauer Adolf Hennecke. In der Grube Karl Liebknecht bei Zwickau übertraf er das Soll um 380% und wurde fortan zum Aushängeschild des sozialistischen Leistungswillens. Übersoll, freiwillige Verpflichtungen, Aufbauschichten, das waren nun Schlagworte einer Kampagne, die das Letzte an physischer und psychischer Kraft aus den Arbeitern herausholte, ohne ihnen bessere Lebensbedingungen zu geben. Es dauerte fünf Jahre, bis der aufgestaute Druck zur Explosion führte. Von westdeutscher Seite wurde der östliche Bruder wegen der fehlenden demokratischen Legitimation ihrer Regierung politisch und rechtlich als unakzeptabel abgelehnt. Diese Haltung wurde durch einige Entscheidungen in Ostberlin noch verstärkt. Das DDR-Regime erklärte im Görlitzer Vertrag mit Polen am 6. Juli 1950 die Oder-Neiße-Linie zum Beispiel als endgültige deutsche Ostgrenze. In der Prager Erklärung am 23. Juni bezeichnete Ostberlin gegenüber der Tschechoslowakei die Vertreibung der Sudetendeutschen als gerecht und unabänderlich. Bereits im Sommer 1948 hatte die sowjetische Besatzungsmacht kasernierte deutsche Polizeiverbände aufgestellt, in denen eigentlich die Vorläufer einer sowjetionalen Armee gesehen werden konnten. Die Spaltung Deutschlands hatte sich seit 1952 weiter vertieft. Nachdem der Westen die russische Wiedervereinigungsofferte abgelehnt hatte, trieb Moskau die Ostintegration der DDR voran. Der Startschuss fiel im Juli 1952. Mit einer propagandistischen Großoffensive proklamierte die SED den Aufbau des Sozialismus. Das hieß in der Praxis Ausschaltung der privaten Betriebe in Handel, Industrie und Landwirtschaft. Aufbau einer eigenen Schwerindustrie trotz fehlender Rohstoffe, verstärkter Kampf gegen die Opposition innerhalb und außerhalb der Partei und schließlich Organisation bewaffneter Streitkräfte. Es ging Schlag auf Schlag. Im Juli 1952 wurde die föderative Staatsstruktur beseitigt. Die fünf Länder wurden aufgelöst, das Territorium der DDR in 14 Bezirke gegliedert. Im Oktober wurde eine Justizreform verkündet, die die Unabhängigkeit der Richter und Rechtsanwälte beseitigte. Die Volkspolizei erhielt militärische Ränge und neue der Sowjetarmee ähnliche Uniformen. Sowjetische Offiziere übernahmen die Ausbildung. Parallel zu Parteisäuberungen hagelte es Terrorurteile gegen die Bevölkerung. Ein Pfarrer in Annaberg-Buchholz erhielt zehn Jahre Zuchthaus wegen verleumderischer Hetze. Vier Bauern wurden vom Bezirksgericht Erfurt zu insgesamt 50 Jahren verurteilt, weil sie versucht haben, die demokratische Entwicklung auf dem Dorf aufzuhalten. Doch der Terror konnte die Lage nicht stabilisieren. Er führte lediglich dazu, dass Teile der Bevölkerung flüchteten. Die Arbeitsmoral sank. Wir tun so, als ob wir arbeiten, der Staat tut so, als ob er uns bezahlt, war bald ein geflügelter Spruch im Osten. Am 5. März 1953 lässt eine Blitzmeldung aus Moskau die Welt aufhorchen. Stalin ist tot. Eine gespenstische Stille breitete sich plötzlich von der mongolischen Grenze bis Wittenberge an der Elbe aus. Nach der Beerdigung des Roten Zaren geht an die Bruderparteien in Osteuropa die Order, kürzer zu treten. Besonders die deutschen Genossen werden ermahnt, den Bogen nicht zu überspannen. Die DDR ist das schwächste Glied in der Kette der sozialistischen Länder. Die neuen Herrscher im Kreml wollen in Berlin keine Schwierigkeiten, bevor das Rote Reich nicht wieder konsolidiert ist. Tatsächlich widersetzt sich das DDR-Regime unter dem Hardliner Walter Ulbricht zunächst den weichen Empfehlungen aus Moskau. Im Gegenteil, er zieht die Zügel noch straffer an. Im April erlässt die Regierung einschneidende Lebensmittelverordnungen. Lebensmittelverordnungen, alle Selbstständigen sowie Ostberliner, die in Westberlin arbeiten, erhalten ab sofort keine Lebensmittelkarten mehr. Kurz darauf werden die Preise für Grundnahrungsmittel erhöht und schließlich die Arbeitsnormen abermals heraufgesetzt. Die Grenze des Erträglichen ist damit erreicht. Ein Funke genügt jetzt, um die aufgestaute Spannung zur Entladung zu bringen. Aus Moskau kommt der kategorische Befehl, den Kurs unverzüglich zu korrigieren. Am 9. Juni 1953 zieht die SED die Notbremse. In einer öffentlichen Erklärung gibt das Politbüro zu, dass seitens der SED und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern begangen wurden. Die Interessen solcher Bevölkerungsteile wie der Einzelbauern, der Einzelhändler und der Handwerker der Intelligenz wurden vernachlässigt. Eine Folge war, dass zahlreiche Personen die Republik verlassen haben. Das Politbüro nimmt fast alle Anordnungen der letzten Zeit zurück. Es verspricht, private Betriebe zu fördern, beschlagnahmte Geschäfte und Höfe zurückzugeben, die Lebensmittelpreise wieder zu senken, die Sperre der Lebensmittelkarten und die Reisebeschränkungen aufzuheben. Nur eines wird den Menschen nicht versprochen, die Herabsetzung der Arbeitsnormen. Aber gerade dieser Punkt hatte die Arbeiter am meisten verbittert. Als am 16. Juni ausgerechnet das Gewerkschaftsblatt, Tribüne, die Heraufsetzung der Normen verteidigt, bricht ein Aufstand los. Auf den Baustellen in der Stalinallee, der neuen Prachtstraße Ostberlins, wird plötzlich von Streik gesprochen. Die Bauarbeiter sammeln sich zum Demonstrationszug ins Regierungsviertel. Stunden später wird daraus ein Generalstreik. Und am nächsten Tag befindet sich die ganze DDR in Aufruhr. Es ist wie ein Steppenbrand. Es geht auch nicht mehr um Normen und Lebensmittelpreise. Es geht jetzt um das ganze System. Gegen die Volkspolizei, gegen die SED, gegen die Russen, für freie Wahlen und für Wiedervereinigung. Die Staatsmacht der DDR bricht über Nacht zusammen. Die Sowjetunion sieht sich dem ersten Volksaufstand in ihrem Machtbereich gegenüber. Das Oberkommando in Karlshorst verhängt den Ausnahmezustand. Panzer rollen durch Ostberlin. Es dauert keine 24 Stunden. Dann haben die Sowjets die Situation wieder unter Kontrolle. Rund 90 Personen werden standrechtlich erschossen, mehrere Tausend verhaftet. Der spontane Aufstand erlischt wie ein Strohfeuer. Als am 25. Juni 1950 völlig überraschend nordkoreanische Truppen die Grenze zu Südkorea überschritten, war Europa alarmiert. Die Parallele zum ebenfalls zweigeteilten Deutschland drängte sich auf. Der britische Oppositionsführer Churchill sprach sich im Europarat als erster für die Aufstellung einer westeuropäischen Armee aus, in die auch deutsche Truppenkontingente integriert werden sollten. Der Bundesrepublik Deutschland als immer noch besetztem Staat war jedoch das Aufstellen einer Armee untersagt worden. Als Begründung für diese nun veränderte Haltung gegenüber den Deutschen unter Waffen führte Churchill neben den Ereignissen in Korea auch die Militarisierung der Sowjetzone an. Neun westeuropäische Staaten Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Portugal hatten sich bereits am 4. April 1949 mit Kanada und den USA zum Verteidigungsbündnis der NATO North Atlantic Treaty Organization zusammengeschlossen. Es war nun an den Politikern, besonders in den ehemals von der deutschen Wehrmacht besetzten Ländern, den Widerwillen gegen deutsches Militär zu überwinden. Nach jahrelangen Konferenzen, bei denen vor allem der französische Widerstand gebrochen werden musste, wurde am 23. Oktober 1954 die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der NATO besiegelt. Die Bundesrepublik sollte eine Armee von 500.000 Mann aufstellen, die Truppe insgesamt der NATO unterstellt werden. Der einzige Preis, den die Bundesrepublik zahlen musste, war das Saarland. Es sollte ein europäisches Statut bekommen, das die Bindung an Frankreich vertraglich absegnete. Doch auch dieser Preis wurde schließlich nicht gezahlt. In einer Volksabstimmung lehnte die Saarbevölkerung das Statut ein Jahr später entgegen der ausdrücklichen Empfehlung Adenauers mit zwei Drittel Mehrheit ab. In Moskau lösten die Pariser Verträge Krisenstimmung aus. Was die Westmächte in größter Hast durchgepeitscht hatten, musste sich aus der Perspektive des Kreml bedrohlich ausnehmen. Die Westdeutschen waren zwar eingebunden in einer internationalen Truppe, aber sie hatten jetzt freie Hand, eine nationale Armee aus dem Boden zu stampfen und wieder eine Rüstungsindustrie für alle konventionellen Waffen aufzubauen. Sie saßen gleichberechtigt in den höchsten Militärstäben der NATO und waren zum privilegierten Verbündeten der USA avanciert. Zu alledem bot das innenpolitische Panorama der Bundesrepublik ein beunruhigendes Bild. Die Restauration lief auf vollen Touren, der Kalte Krieg und die Remilitarisierungskampagne hatten nicht nur zur Entstehung neofaschistischer Gruppierungen geführt, das ganze Land war weit nach rechts abgerutscht. Selbst in der Regierung saßen einstige Mitglieder der NSDAP und einige von ihnen schienen 1945 wohl ihr Parteiabzeichen, nicht aber ihre Gesinnung abgelegt zu haben. Vertriebenen Verbände und Traditionsvereine der Wehrmacht und der Waffen-SS propagierten unverhüllt die militärische Lösung der deutschen Frage, während gegen die KPD Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt wurde. Alles in allem schien die Bundesrepublik unaufhaltsam in einer revanchistischen, neofaschistischen Strömung zu versinken. Ihr Anschluss an die westliche Militärallianz musste das bestehende Kräfteverhältnis entscheidend zu Ungunsten der Sowjetunion verändern. Wenn es für Moskau überhaupt eine Möglichkeit gab, den Einzug der Deutschen in die NATO zu verhindern, dann bestand sie darin, ihnen die Wiedervereinigung anzubieten und gleichzeitig die Konsequenzen für den Fall der Ablehnung klarzumachen. Am selben Tag, als Konrad Adenauer in Paris die Verträge unterschrieb, startete Moskau seine letzte Gegenoffensive. In einer Note an die Westmächte schlug die Sowjetregierung ihren ehemaligen Verbündeten eine Konferenz über eine europäische Gesamtregelung vor. Themen sollten sein, erstens Wiedervereinigung Deutschlands und Durchführung gesamtdeutscher freier Wahlen, zweitens Abzug der Besatzungstruppen, drittens ein gesamtdeutscher Sicherheitspakt. In der Frage freier Wahlen kamen die Russen im Westen einen entscheidenden Schritt entgegen. Sie erklärten sich bereit, über den sogenannten Iden-Plan zu verhandeln, der freie Wahlen als östliche Vorleistung zur Wiedervereinigung forderte. Die Sowjetunion ist der Meinung, dass Möglichkeiten vorhanden sind, ein Übereinkommen in dieser Frage herbeizuführen, hieß es in der Note. Es musste einen Mann wie Khrushchev erbittern, dass ihm auf dieses Angebot statt sachlicher Argumente nur das höhnische Wort Propaganda entgegentönte. Keiner der Regierenden im Westen, am wenigsten die Bundesregierung, schien ernst zu nehmen, was ebenfalls in dieser Note stand. Im Falle der Verwirklichung dieser Beschlüsse, gemeint waren die von Paris, wird Westdeutschland nicht mehr als ein friedliebender Staat betrachtet werden können, was auf lange Zeit hinaus die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands unmöglich machen wird. Die Westmächte lehnten die vorgeschlagene Konferenz ab. Darauf traten in Moskau die Ostblockstaaten einschließlich der DDR zusammen und bereiteten eine Gegen-NATO vor. Sie erklärten, die Teilnehmerstaaten dieser Konferenz geben ihren Entschluss bekannt, im Falle der Ratifizierung der Pariser Abkommen gemeinsame Maßnahmen bei der Organisierung der Streitkräfte durchzuführen. Neun Tage nachdem die in Paris geschlossenen Verträge am 5. Mai 1955 in Kraft traten, wurde der Warschauer Pakt gegründet, die DDR auch militärisch dem Ostblock angeschlossen. Zehn Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht rückten in West und Ost wieder deutsche Soldaten in Kasernen ein. Die einen trugen amerikanische, die anderen russische Stahlhelme. In Westdeutschland ging es rasant bergauf. Dass Deutschland zum ersten Mal wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen durfte und auf Anhieb auch Weltmeister wurde, schien ein deutliches Zeichen für den Aufschwung zu sein. Ein gewisser Alfred Dassler aus Herzogenaurach hatte den deutschen Kickern in der Halbzeitpause eigenhändig Stollen unter die Schuhe geschraubt, durch die die deutschen Kicker einen 0 zu 2 Rückstand gegen die hochfavorisierten Ungarn aufholten und mit 3 zu 2 gewannen. Die Firma Adidas sollte Weltruf erlangen. Ein Max Grundig baute in Fürth die ersten Radioboxen zusammen. Karl Borgwart schaffte es mit seinen technisch ausgetüftelten Fahrzeugen zum viertgrößten deutschen Autohersteller. Petticoat und Nierentische waren der letzte Schrei. Die Kruppwerke produzierten wieder Stahl und die Schauspielerin Hildegard Knef schockte durch ihren blanken Busen auf der Filmleinwand eine ganze Nation. Die Deutschen hatten durch den Krieg und die entbehrungsreichen Jahre danach einen ungeheuren Nachholbedarf. Der Fresswelle folgte der Einrichtungsboom. Schließlich entwickelten sich die Kriegsverlierer zu Reiseweltmeistern. Diesen Rekord halten sie bis heute. Inzwischen werden jährlich etwa 30 Milliarden Mark für den Urlaub im Ausland ausgegeben. Ludwig Erhard konnte voller Stolz verkünden, wir sind wieder wer. Die Bundesrepublik gehörte als Gründungsmitglied zu den Mitunterzeichnern der römischen Verträge, die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründeten. Die Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik lief in gewisser Weise spiegelbildlich zu der des westdeutschen Staates. Der Arbeiter- und Bauernstaat trat dem osteuropäischen Wirtschaftsverbund Comic-Con bei, erhielt von der Sowjetunion 1954 eine scheinbare Unabhängigkeit und marschierte ideologisch in Reih und Glied mit den anderen kommunistischen Bruderstaaten. Doch der Flüchtlingsstrom von Ost nach West riss nicht ab, man sprach von Republikflucht. Als das DDR-Regime rücksichtslos die Kollektivierung der Landwirtschaft vorantrieb, schwoll die Flüchtlingswelle noch einmal dramatisch an. Von Januar bis August 1961 entschieden sich nahezu 200.000 Menschen für die Flucht in den Westen. Ein ungeheuerlicher Aderlass für die DDR, der entschlossene Gegenmaßnahmen erforderte, wenn das Regime überleben wollte. Nach heftigen Diadochenkämpfen im Kreml hatte sich Khrushchev als neuer Rotarzar durchgesetzt. Er war beherrscht von dem Ehrgeiz als ebenbürtiger Partner des Westens anerkannt zu werden. Der Start eines künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn befreite die Sowjetunion vom Odium der ewigen Zurückgebliebenen. Politiker und Militärs waren dabei weniger von den piepsenden Funksignalen aus dem All beeindruckt, als vielmehr von der Rakete, die den Satelliten in die Umlaufbahn geschossen hatte. Sie konnte jeden beliebigen Punkt der Erde erreichen. Beflügelt von dem gewaltigen Prestigegewinn ging Khrushchev zur außenpolitischen Offensive über. Er begann dort, wo Stalin zehn Jahre zuvor gescheitert war, in Berlin. Er wollte das Loch stopfen, durch das jährlich Hunderttausende aus der DDR in den Westen abwanderten und damit den Sozialismus diskreditierten. Da die Völkerung auf eine Besserung der Verhältnisse gering war, verließen gerade die Jungen, die Tüchtigen, die Risikobereiten das Land zwischen Elbe und Oder. Zumal das auch relativ einfach war. Man fuhr nach Ostberlin und stieg in die S-Bahn nach Westberlin. Kam unterwegs eine Fopostreife, konnte man immer noch auf dem letzten Ostbahnhof aussteigen. War man im Westen angelangt, meldete man sich im Notaufnahmelager und wartete auf einen Flug in die Bundesrepublik. Bonn förderte die Abwanderung, ein unkompliziertes Aufnahmeverfahren und großzügige finanzielle und soziale Starthilfen erleichterten allen Flüchtlingen die Ansiedlung in der Bundesrepublik. Fachkräfte von drüben waren begehrt, weil sie gut ausgebildet und an straffe Arbeitsdisziplin gewöhnt waren. So zog jeder Flüchtling, der im Westen Fuß gefasst hatte, weitere Abwanderer nach. In der DDR lebten schließlich trotz des Zustroms von Umsiedlern aus den Ostgebieten weniger Menschen als vor dem Krieg. Allmählich geriet die Parteispitze in Panik. Sie verschärfte die Repression. Ab 1957 stellte ein neues Passgesetz die Republikflucht unter Strafe, Gefängnis bis zu drei Jahren. Trotzdem schwoll der Flüchtlingsstrom weiter an. Schließlich war Westberlin der Stachel im Fleisch des Sozialismus, das weithin sichtbare und jedermann zugängliche Erfolgssymbol des kapitalistischen Systems, das permanente Dementi der sozialistischen Errungenschaften. Der ostdeutsche Staat konnte erst stabilisiert werden, wenn das Schaufenster vernagelt und dieser Notausgang versperrt war. Khrushchev sah dafür nur einen Weg, den immer noch bestehenden Vier-Mächte-Status Deutschlands zu zerreißen, die Westmächte aus Berlin zu vertreiben und der DDR die Kontrolle über die Zufahrtswege durch einen Separatfrieden zu übertragen. Am 27. November 1958 stellte der Kremlherr den Westmächten ein Ultimatum. Als Frist für ein neues Abkommen setzte er sechs Monate. Die Westmächte reagierten auf Khrushchev- Offensive gelassen. Die russischen Vorschläge seien unannehmbar, ließen sie verlauten, und keine vernünftige Grundlage für Verhandlungen zwischen souveränen Staaten. Zudem ordnete der damalige Präsident Eisenhower an, vor Ablauf des Ultimatums militärische Vorbereitungen zu treffen, die groß genug waren, um vom sowjetischen Nachrichtendienst bemerkt zu werden, aber nicht so groß, um öffentliche Unruhe auszulösen. Khrushchev hatte sich verrannt, noch ehe die Partie begonnen hatte. Da er nicht ernsthaft daran dachte, Gewalt anzuwenden, musste er Schritt für Schritt zurückweichen. Immerhin schlugen die Westmächte ein neues Außenministertreffen vor. Es wurde die letzte Deutschlandkonferenz der ehemaligen Siegermächte. Sie fand im Mai 1959 in Genf statt, zu einem Zeitpunkt also, an dem Khrushchev seine Berlin-Drohung hatte wahrmachen wollen. Die Russen rückten zwar in aller Form von ihrem Ultimatum ab, und der Westen sprach erstmals über einen gesamtdeutschen Rat als Vorstufe zur Wiedervereinigung, doch beide Seiten hielten im Grunde den Status Quo für die beste aller Möglichkeiten. Man ging ohne Groll und ohne weitere Drohungen auszustoßen auseinander. Zwar blieb die Berlin-Frage in der Schwebe, die Wiedervereinigung Deutschlands war aber mit dieser Konferenz von der internationalen Tagesordnung verschwunden. Doch das drängende Problem des Flüchtlingsstroms von Ost nach West blieb. Wollte die DDR nicht voll ins Aus Bluten, musste sie handeln. Mit dem Instinkt der Umzingelten spürten die Leute in der DDR, was sich da zusammenbraute. Die Fluchtbewegung schwoll lawinenartig an. Von Januar bis August 1961 kamen 160.000 Menschen fast so viel wie im ganzen Vorjahr. Allein am 12. August wurden 2400 Flüchtlinge in Marienfelde registriert. Es Lebensgefahr West-Berlin erreichten. Der 12. August war ein Samstag. Nachmittags um 16 Uhr unterzeichnete der Staatsratsvorsitzende der DDR Walter Ulbricht die Einsatzbefehle für die Volksarmee. Das sowjetische Oberkommando setzte die russischen Truppen in Gefechtsbereitschaft. Bei Anbruch der Nacht zogen die deutsch-sovjetischen Verbände einen Sperrkreis um Berlin. Um zwei Uhr morgens rückten Pioniertruppen der Nationalen Volksarmee gesichert von Kampfverbänden ins Stadtzentrum vor und riegelten Ost-Berlin auf der ganzen Länge der Sektorengrenze ab. Die Errichtung der Mauer begann. Als der Sonntagmorgen dämmerte, saß der östliche Teil der Nation in der Falle. Der 13. August war für die Deutschen auf beiden Seiten der Mauer der größte Schock seit Kriegsende. Die totale Teilung von zwei deutschen Staaten war jetzt endgültig vollzogen. Im Ostteil der Stadt spielten sich an diesem Sonntag dramatische Szenen ab. Viele versuchten, die letzte Chance für die Flucht in die Freiheit zu nutzen. Menschen, deren Häuserfenster über Nacht vermauert wurden, nahmen schwere Verletzungen retten. Berühmt wurde das Bild des Volksermisten, der in voller Ausrüstung über eine Stacheldrahtrolle setzte, um im Westen um Asyl nachzusuchen. Am schlimmsten jedoch war die Errichtung der Mauer für Familien, die plötzlich auseinander gerissen wurden. Töchter und Söhne, die sich während der Nacht vom 12. zum 13. August zufällig in West-Berlin aufgehalten hatten, kehrten nicht mehr zu ihren Eltern zurück, Frauen nicht zu ihren Männern, Männer nicht zu ihren Frauen. Gegenseitige Besuche gehörten von einem zum anderen Tag der Vergangenheit an. Es war eine Tragödie, die sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit in der geteilten Stadt abspielte. In den Jahren danach kam es immer wieder zu aufsehen erregenden und erfindungsreichen Fluchtversuchen. Diverse Tunnelsysteme wurden unter der Mauer gegraben, die die Offiziellen der DDR nicht müde wurden, einen antifaschistischen Schutzwall zu nennen. Flüchtlinge in Hohlräumen von Autos über die scharf bewachte Grenze geschmuggelt, einer Familie gelang die Flucht sogar mit einem selbst gebastelten Heißluftballon. Für Hollywood Grund genug, einen Film über diese abenteuerliche Geschichte zu drehen. Aber so mancher Fluchtversuch endete auch im Kugelhagel der Grenztruppen. Die Empörung der Westdeutschen über jeden Toten an der Mauer war groß. Als die Teilung der Hauptstadt endgültig zementiert wurde, regierte im Bonner Kanzleramt immer noch Konrad Adenauer. Seine Politik der Stärke scheiterte an der Berliner Mauer. Vielleicht deshalb reiste er erst neun Tage nach dem 13. August nach Berlin und auch das nur auf Druck seiner eigenen Partei. Sein Plan die Russen aus Deutschland heraus zu drohen hatte sich als gewaltige Illusion erwiesen. Die Brutalitäten an der Grenze warfen die DDR auf dem Weg zur Anerkennung um Jahre zurück. Die Bundesrepublik setzte ihr ganzes Gewicht gegen den ostdeutschen Staat ein. Rigoros wurde die sogenannte Hallstein-Doktrin angewandt, die Entwicklungshilfe für Länder der dritten Welt einstellte, wenn die Empfänger auch nur Handelsbeziehungen zur DDR aufnahmen. Gleichzeitig verlängerte Bonn die Wehrdienstzeit auf 18 Monate, forderte statt der abgelehnten Nationalen eine multinationale Atomstreitmacht der NATO und erwirkte eine weitere Lockerung der Rüstungsbeschränkungen. Ab 1963 durften die Westdeutschen wieder U-Boote bis zu 1000 Tonnen bauen. Die Ära Adenauer näherte sich unwiderruflich ihrem Ende. Die Mauer brachte auch den Greisen Kanzler zu Fall. Fünf Wochen nach dem Mauerbau verlor die CDU bei den Bundestagswahlen die absolute Mehrheit. Die FDP, ohne die er nun nicht mehr regieren konnte, zwang dem 85-jährigen Regierungschef das Versprechen ab, in der Mitte der Legislaturperiode zurückzutreten. Am 15. Oktober 1963 räumte der erste Kanzler der Bundesrepublik seinen Stuhl. Ludwig Erhard, der gefeierte Vater des Wirtschaftswunders, wurde sein glückloser Nachfolger. Egon war, ein ehemaliger Berliner Journalist und danach Berater des Berliner Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, formulierte erstmals im Juli 1963 die Umrisse einer neuen deutschen Außenpolitik. Wenn es richtig ist, sagte er, dass die Zone dem sowjetischen Einflussbereich nicht entrissen werden kann, dann ergibt sich daraus, dass jede Politik zum direkten Sturz des Regimes trüben aussichtslos ist. Diese Folgerung bedeutet, dass Veränderungen nur ausgehend von dem dort herrschenden verhassten Regime erreichbar sind. Die Mauer war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese Sorge dem Regime graduell so weit zu nehmen, dass auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte Wandel durch Annäherung. Damit war ein Schlagwort geboren, das die deutsche Politik für das nächste Jahrzehnt beherrschen sollte. Nach dem Rücktritt Ludwig Erhards 1966 zogen die Sozialdemokraten bei den nächsten Wahlen erstmals in die Regierung ein. SPD-Chef Willy Brandt wurde Außenminister unter CDU-Kanzler Kurt-Georg Kiesinger, Egon Barr, Planungschef im Auswärtigen Amt. Die Deutschlandpolitik der Großen Koalition war ein Kompromiss zwischen Bars Vorwärtsstrategie und den Bremsern in der Kanzlerpartei. Kiesinger bestand nach wie vor auf dem Alleinvertretungsanspruch, hob jedoch die Hallstein-Doktrin gegenüber den kommunistischen Ländern auf. Zwei Monate nach seinem Amtsantritt stellte Außenminister Brandt diplomatische Beziehungen zum Ostblockstaat Rumänien her. Das alarmierte prompt die DDR. Auf einer eilig einberufenen Warschauer Paktkonferenz setzte Walter Ulbricht eine Anti-Hallstein-Doktrin durch. Die übrigen Ostblockstaaten verpflichteten sich, erst dann Beziehungen zu Bonn aufzunehmen, wenn die Bundesrepublik die DDR anerkannt habe. Doch dazu konnte sich die Große Koalition nicht entschließen. Obwohl die Bundesrepublik seit Jahren mit der DDR über den Interzonenhandel, über Passierscheinend eine für Westberliner über technische Fragen sprach, scheute Bonn noch immer vor der formellen Anerkennung des zweiten deutschen Staates zurück. Im Oktober 1969 wurde Willy Brandt als Kanzler vereidigt. Es war der Durchbruch zu einer neuen Politik im Verhältnis zu den kommunistischen Staaten. Entschlossen setzte die neue Regierung Brandt-Scheel in einer Serie von Verträgen Zeichen der Aussöhnung mit den Völkern des Ostblocks. Der Grundlagenvertrag mit der DDR führte zum Austausch ständiger Vertreter, die in Bonn und Ostberlin residierten. Die Ostverträge beendeten den Kalten Krieg und damit endgültig die Nachkriegszeit, die im Grunde ein einziger Versuch war, die jeweils andere Seite aus ihrer Stellung zu hebeln. Sie schufen damit die Voraussetzung für einen Zustand der Entspannung, der die anstehenden inneren Reformen im Ostblock, zumal in der Sowjetunion, überhaupt erst denkbar machte. Wenn Politik die Kunst des Möglichen ist, dann lieferte diese Kunst in den Ostverträgen eines ihrer Meisterwerke ab. Nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist der Kniefall von Willy Brandt vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Gettos. Es war ein nasskalter Dezember-Tag, als der deutsche Bundeskanzler spontan auf die Knie sank und dort regungslos verharrte. Das Pressefoto ging um die Welt und wurde zum Sinnbild des anderen Deutschland, das sich aus den Verstrickungen der Vergangenheit zu befreien begann. Zu Hause, das ergab eine Umfrage, missbilligten 48% der Befragten die Geste als übertrieben. Im Herbst 1971 wurde Willy Brandt der Friedensnobelpreis verliehen, als zweitem Deutschen nach Karl von Osjetzky. In der Bundesrepublik schlug dem Kanzler eine Welle der Feindschaft entgegen. Ausverkauf deutscher Interessen lautete der Generalvorwurf an die Sozialliberale Koalition. Willy Brandt wurde persönlich verunglimpft, seine uneheliche Herkunft wieder aufgewärmt. Der Bundestag erlebte die stürmischsten Wochen seiner Geschichte. Überläufer hatten die Koalition so geschwächt, dass sie die Mehrheit verlor. Am 27. April 1974 glaubte Oppositionsführer Rainer Barzel, den Kanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum stürzen zu können. Rechnerisch musste dieses Kalkül aufgehen. Im Kanzlerbüro begannen die Beamten bereits die Akten zusammenzuräumen. Doch dann die Sensation. Das Misstrauensvotum scheiterte. Der Opposition fehlten zwei Stimmen zum Sieg. Barzel war von Leuten seiner eigenen Fraktion im Stich gelassen worden. Anfang Mai 1964 Stuttgarts Oberbürgermeister Klett tritt in der Liederhalle der Stadt an das Rednerpult. Der Oberbürgermeister will gerade mit ein paar belanglosen Worten eine Grußadresse an die im Parkett versammelten deutschen Werbeleiter und Werbeberater loswerden und ihrer Tagung einen guten Verlauf wünschen. Aber er kommt nicht über die Anrede der sehr verehrten Damen und Herren hinaus. Von der Empore der Halle ist plötzlich Musik zu hören. Verschiedene Musik aus verschiedenen Richtungen. Dann werfen ein paar junge Leute Flugblätter von der Empore herab. Nach einem kurzen Moment allgemeiner Erstarrung bricht ein Tumult unter den aufgebrachten Werbeleitern aus. Sie stürzen sich auf die Flugblattverteiler und übergeben sie der Polizei. Unter den Verhafteten sind Dieter Kunzelmann, Schriftsteller aus München, und der Student Frank Böckelmann. Nach intensiven Verhören bei der politischen Polizei kommen sie frei. Die wenig später verhängte Geldstrafe von 80 Mark pro Person Beiden wegen groben Unfugs zurück. Das Gericht spricht sie damals noch frei. Happenings wie das in Stuttgart waren typisch für die subversive Aktion und sie waren ein Vorzeichen für das, was folgen sollte. Die APO, die außerparlamentarische Opposition, wie alle Gruppen genannt wurden, die sich mit verkrusteten gesellschaftlichen Formen und verstaubten Regeln nicht mehr abfinden wollten. Aus friedlichen Demonstranten wurden Terroristen. Die Bader-Meinhoff-Bande und ihre Rote-Armee-Fraktion entwickelten sich später zum Staatsfeind Nummer eins. Doch zurück zu den Subversiven, deren Kernthese geistig untermauert von Theodor Wiesengrund-Adorno und Herbert Marcuse so lautete, die Menschen, die früher durch Gewalt und Unterdrückung bei der Stange gehalten werden mussten, ließen sich jetzt mit Konsum und Illusionen abspeisen. Die Rolle von Polizei und Gefängnis haben Kino, Fernsehen, Konsum und gesteuerte Freizeit übernommen. Das alles fasste die subversive Aktion in den Begriff repressive Gesellschaft zusammen. Als Angelpunkt der Repression entdeckten sie die Unterdrückung der Sexualität. Nur wer seine innersten Triebe freisetzen könne, der könne sich letztlich auch freimachen aus allen anderen gesellschaftlichen Formen von Unterdrückung. Das Ausleben des totalen Lustprinzips, ein von Herbert Marcuse entlehnter Begriff, werde die Menschen auch fähig machen zu revolutionärer politischer Veränderung. In diesen Jahren war es nahezu greifbar und überall spürbar. Die Nachkriegsgeneration hatte eine permanente Unruhe ergriffen. Sie wollte nicht den gleichen Wohlstandsspeck wie ihre Eltern ansetzen. Sie wollte nicht die spießigen Abnicker sein, die alles kritiklos hinnahmen, was ihnen auf dem Teller der Wir-Sind-Wieder-Wer-Ideologie serviert wurde. Die politisch organisierten Studenten, meist links stehend, oft im Krieg oder kurz danach geboren, demonstrierten energisch gegen den Vietnameinsatz der Amerikaner und für die Ideen der Berufsrevolutionäre Fidel Castro und Che Guevara. Am Abend des 1. Juni 1967 tauchte im Berliner Jugendclub Sa-I-Ra in der Münsterschen Straße ein Besucher auf, den niemand der Anwesenden dort kannte. Der Besucher war ein Student, der erst vor kurzem von Westdeutschland nach Westberlin umgesiedelt war. Die Studenten, die mit ihm an der Theke Bier tranken, spürten seine Unerfahrenheit an den Berliner an den Berliner Sie lachten höhnisch, als der Neue die Erzählungen der anderen über das brutale Verhalten der Polizei bei Studentendemonstrationen als übertrieben, ja hysterisch abtat. Wenn er ihnen nicht glaube, so sagten die Gäste, könne er sich ja am nächsten Tag selber davon überzeugen, denn morgen würde der Folterkaiser Schahresa Pahlevi mit seiner illustrierten Puppe und Ersatz-Soraja Faradiba persönlich nach Berlin kommen. Fünftausend Polizisten stünden zu seinem Schutz bereit. Der Neue, er hieß Benno Ohnesorg, stimmte zu. Eine rechtmäßig angemeldete Demonstration, was solle da schon passieren? Am Tag darauf, es war der 2. Juni, geschah im Berliner Hinterhof des Hauses Krumme Straße 66-67 mehr, als sich alle Beteiligten vorstellen konnten. Der ungläubige Neuling Benno Ohnesorg geriet auf der Flucht vor den wild knüppelnden Polizisten in Genenhinterhof, wo er und einige andere Demonstranten gestellt wurden. Dort wurde er, während drei Beamte mit ihren Schlagstöcken auf ihn eindroschen, durch einen Schuss von hinten aus der Dienstpistole des Polizeiobermeisters Karl-Heinz Kuras getötet. Wenn in der Bundesrepublik der Revolte der Studenten historische Bedeutung zuerkannt wird, so gilt dieses Datum des Todes von Benno Ohnesorg als ihr eigentlicher Beginn. Es musste so kommen. Die Brutalität der Polizeieinsätze und das Ausmaß der öffentlichen Hetze gegen die kritische Minderheit der Studenten konnten schon seit Ende 66 tödlich sein. Diese Gefahr war langsam gereift, unbemerkt auch von vielen, die dafür Verantwortung trugen. Ganz an der Spitze der Stadt stand der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts. Der Schock über den Tod Benno Ohnesorgs lehrte ihn, das zu bezweifeln, woran er lange Jahre geglaubt und gehandelt hatte. Wir kamen aus den Jahren nach dem Bau der Mauer mit einer ans äußerste grenzenden Empfindlichkeit, schrieb er später. Sie richtete sich gegen alle und alles, was in irgendeiner Weise mit denen zu tun haben könnte, die diese Stadt West-Berlin eingemauert hatten. Wir waren völlig fixiert auf den einen Tatbestand, dass diese Stadt, wie sie nun einmal war, nur überlebt bei einer nahtlosen Übereinstimmung mit den Vereinigten Staaten. Das bringt Einäugigkeit mit sich. In diese Situation kamen nun plötzlich Studenten mit roten Fahnen und Rutschimin-Rufen und klagten die Macht, die hier die sogenannte oder tatsächliche Freiheit garantierte, als die Zerstörer von Menschlichkeit und Freiheit an. Das war psychologisch sehr schwer durchzuhalten. Auch die Polizei war ja völlig getrimmt, eingestellt auf die Auseinandersetzung mit stadtweiten kommunistischen Unruhen, wie das damals so schön hieß. Die ganze Bewegung wurde unter diesem Gesichtspunkt bei der Polizei und leider auch bei den politisch Verantwortlichen eingeordnet. In falscher Einschätzung habe ich mit anderen geglaubt, das wäre mit ein paar ziemlich deutlichen und drastischen polizeilichen Gegenmaßnahmen auf der Straße zumindest einzudämmen oder zu beenden. Am 26. September 1967 trat Alberts nach nur 287 Tagen Amtszeit zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte Westberlins stürzte ein regierender Bürgermeister. Der markanteste und von den Konservativen wegen seiner demagogischen Ausstrahlung am meisten gefürchtete Studentenführer war Ende der 60er, der aus der DDR stammende Politologie-Student Rudi Dutschke. Er forderte öffentlich Waffen für die außerparlamentarische Opposition und organisierte die immer zahlreicher werdenden Studentendemonstrationen. Auf diesem ideologischen Fundament nahmen später Andreas Bader, Jan Kalraspe, Holger Mainz und Ulrike Meinhof den Kampf gegen den Staat auf und strebten mit Terror einen Wechsel der gesellschaftlichen Verhältnisse an. Unter dem Kürzel RAF wuchsen sie bald zum Staatsfeind Nummer 1 heran. Hatten sie der Bundesrepublik doch seit Juni 1970 den Krieg erklärt. Bewaffnete Gefangenenbefreiung, Bombenanschläge auf amerikanische Militäranlagen in Frankfurt und Heidelberg, auf das Auto eines Karlsruher Bundesrichters und schließlich, am Tage nach dem Tod von Holger Mainz, der nach einem zweimonatigen Hungerstreik für menschenwürdige Haftbedingungen an Entkräftung starb, die Ermordung des obersten Berliner Richters Günther von Drenkmann. Aber zurück zu Rudi Dutschke. Er bot das klassische Feindbild, auf das sich vor allem die konservative Springerpresse in Berlin mit Hetzartikeln stürzte. Und so konnte es eigentlich nicht überraschen, dass am 11. April 1968 auf den Studentenführer geschossen wurde. Rudi Dutschke wurde schwer verletzt, von drei Schüssen im Kopf getroffen. Er überlebte, brauchte aber viele Jahre, um das Trauma zu überwinden und litt weiter unter den Folgen der Kopfverletzung. Am Heiligabend 1979 bekam Rudi Dutschke zu Hause beim Baden in der Badewanne einen Anfall, rutschte während des Krampfes hilflos mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche und ertrank. Nach dem Attentat auf Rudi Dutschke weiteten sich die Unruhen unter den Studenten aus. Am Ostermontagabend 1968 wurden auf einer Demonstration gegen Springer in München der 32-jährige Pressefotograf Klaus Frings und der 27-jährige Student Rüdiger Schreck schwer verletzt. Wenige Tage später sterben sie an den Folgen. Jetzt hatten es auch die Herrschenden begriffen. Das Land war im Aufbruch. Die Frage war nur, wohin würde der Weg führen? Als die Studentenführer Ende 1977 vom Konzept einer sozialistischen Parteigründung abrückten, bildeten sich an verschiedenen Orten der Republik aus dem Umkreis der Bürgerinitiativen Wahlbündnisse heraus. Nacheinander entstanden die Grüne Liste Schleswig-Holstein, die Grüne Liste Umweltschutz, GLU in Niedersachsen, die Bunte Liste Wehrt Euch in Hamburg und die Grüne Liste Hessen. Die Grüne Liste Umweltschutz in Niedersachsen verbuchte die ersten Wahlerfolge, je einen Sitz im Kreistag von Hildesheim und Hameln. Einige Monate später, im Sommer 1978, erreichte die GLU in Niedersachsen bei den Landtagswahlen bei ihrer ersten Kandidatur 4%. Im Juli 1978 gab es eine grüne Parteigründung von oben. Dr. Herbert Gruhl, Autor des wachstumskritischen Buches »Ein Planet wird geplündert«, trat aus der CDU aus und begründete die grüne Aktion »Zukunft«. Am 7. Oktober 1979 erzielte die Bremer Grüne Liste bei den Bürgerschaftswahlen 5,14% der abgegebenen Stimmen. Es war das erste Mal, dass ein grünes Wahlbündnis den Einzug in ein deutsches Länderparlament schaffte. Die ersten vorsichtigen Schritte der Grünen auf dem politischen Parkett waren gemacht. Als sie 1998, fast 20 Jahre später, mit den Sozialdemokraten die Regierung bildeten, waren sie am Ziel und stellten mit Joschka Fischer einen weltweit respektierten und angesehenen Außenminister. München 1972. Heitere, fröhliche Olympische Spiele hatten die Organisatoren versprochen. Es wurden die blutigsten in der Geschichte der Olympiaden. Ein palästinensisches Terrorkommando überfiel das Quartier der israelischen Sportler. Auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck bei München endete blutig der altgriechische Traum von der Friedenspflicht während der Spiele. Die Spiele wurden unterbrochen. Aber »The Games must go on«, sagte der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brandich, und so geschah es auch. In den 70er Jahren wurde auch die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten wieder durchlässiger. Anträge auf Verwandtenbesuche wurden von den DDR-Behörden großzügiger gewährt, Rentner durften ohne bürokratische Hürden in den Westen reisen. Und immer augenfälliger wurde die Diskrepanz zwischen Deutschland-Ost und Deutschland-West. Die Unruhe unter den DDR-Bürgern, ausgelöst durch immer häufiger auftretende ökonomische Schwierigkeiten, wuchs. Hinzu kam, dass sich seit der von dem sowjetischen Generalsekretär der KPDSU, Michael Gorbatschow, eingeleiteten Politik der Reform des Kommunismus, der gesamte Ostblock im Aufbruch befand. Als im August 1989 die österreichisch-ungarische Grenze geöffnet wurde, wählten zehntausende von DDR-Bürgern, hauptsächlich junge Menschen, viele mit kleinen Kindern, den Weg in die Freiheit. Sie waren überzeugt, dort gut bezahlte Arbeit zu finden und endlich in den Genuss der begehrten Konsumgüter wie Autos und Auslandsreisen zu kommen. Sie würden sich nicht mehr für Südfrüchte anstellen oder den Klempner bestechen müssen, damit er ihnen Badezimmerfliesen besorge. Sie würden endlich so leben können, wie sie es allabendlich im Westfernsehen in der Werbung vorgeführt bekamen. Sie hatten die Regierenden im eigenen Land gründlich satt. Der völlige Ansehensverlust der eigenen Regierung lag auch daran, dass das Regime in dem Bemühen, sich Devisen zu verschaffen, völlig skrupellos vorging. Devisen wurden dringend benötigt, um an Waren zu gelangen, die unter das westliche Embargo fielen. Die DDR führte die D-Mark als zweite Währung ein und korrumpierte damit einen nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung. Kein Geschäft war zu schmutzig, egal ob es sich um den Verkauf politischer Gefangener gegen Devisen oder Waffengeschäfte handelte, um gestohlene Antiquitäten oder Blutplasma. In einigen mittelalterlichen Städten wurde sogar das Kopfsteinpflaster herausgerissen, um die Steine gegen Devisen zu verhökern. Diese Doppelmoral, auf der einen Seite der Aufbau des Sozialismus mit all seinem hohlen Pathos, auf der anderen Seite die Hinwendung zum hemmungslosen Manchester-Kapitalismus unterminierte die DDR gründlicher, als es ihre Gegner hätten tun können. Die Verbitterung des Volkes, geschürt durch die Ablehnung der Reformen in der Sowjetunion durch die eigene Regierung, erreichte im Herbst 1989 ihren Siedepunkt. Während der Strom der Flüchtlinge, die über Ungarn und Österreich dem ungeliebten Staat für immer den Rücken kehrten, nicht abriss, meldete sich nach Wochen der Sprachlosigkeit der kränkelnde Staatsratsvorsitzende Erich Honecker zu Wort und sprach jenen verhängnisvollen Satz aus, der das Fass zum Überlaufen brachte. »Wir weinen Ihnen keine Träne nach«, gemeint waren die Flüchtlinge, die über Prag und Budapest in den Westen strebten. Das war zu viel. Die Empörung artikulierte sich. Die Zahl derer, die auf die Straße gingen und »Wir sind das Volk, wir bleiben« skandierten, wuchs von Woche zu Woche. Anfang Oktober, als die SED und DDR-Führung aufwendig den 40. Jahrestag der Staatsgründung feierte, strömten in Ost-Berlin Tausende auf die Straßen. Rücksichtslos gingen Polizei und Staatssicherheit gegen die Demonstranten vor. Sie nahmen wahllos Hunderte von Menschen fest, misshandelten und beschimpften sie. Die Teilnehmer an den Demonstrationen und Kundgebungen vom Herbst 1989 forderten eine demokratisch reformierte DDR, einen demokratischen Sozialismus, das Ende der führenden Rolle der SED, Presse- und Versammlungsfreiheit und ein Ende der Stasi-Bespitzelung. »Stasi in die Produktion«, hieß eine beliebte Losung. Als die Mauer schließlich geöffnet wird, ahnt niemand, welche weitreichenden Folgen diese Implosion für Deutschland und Europa haben würde. Zunächst überwiegt die Freude. In beinahe allen Ländern der Erde flimmern Bilder über die Bildschirme von den Trabi-Kolonnen, die über den Checkpoint Charlie fahren, von spontanen Verbrüderungsszenen zwischen West- und Ost-Berlinern. Die Vereinigung ist besiegelt, auch wenn dies in den Novembertagen des Jahres 1989 noch längst nicht offizielle Lesart ist. Fest steht aber schon, die Bewohner der Deutschen Demokratischen Republik haben durch eine friedliche Manifestation ihres freien Willens über die Herrschenden triumphiert. Männern wie dem Stasi-Chef Erich Mielke wird später sogar der Prozess gemacht. Der SED-Generalsekretär und einst mächtigste Mann des deutschen Ostens, Erich Honecker, stirbt einsam im chilenischen Exil. Die Menschen haben sich mit der ebenso einfachen wie eingängigen Formel »Wir sind das Volk« gegen den verordneten Sozialismus zur Wehr und durchgesetzt. Die Übergangspolitiker des Ostens, Hans Modrow und Lothar de Maizière, leiten die Integration der DDR in die Bundesrepublik ein. Westpolitiker wie Bundeskanzler Helmut Kohl und der legendäre Ex-Kanzler und SPD-Vorsitzende Willi Brandt kurbeln an. Blühende Landschaften, verspricht Kohl den Ostbürgern. Und Brandt erklärt, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Der sogenannte Beitrittsvertrag nach Artikel 23 des Bundesdeutschen Grundgesetzes, der der Währungsunion auf dem Fuße folgt, wird am 3. Oktober 1990 unterschrieben. Nur zwei Monate nach dem neuen gesamtdeutschen Feiertag wird auch der erste gesamtdeutsche Bundestag gewählt. Helmut Kohl ist damit der Kanzler der Einheit. Die kommenden Jahre sind von Ernüchterung geprägt. Das System DDR war marode, als es viele hatten wahrhaben wollen. Die Anforderungen für den von einer Rezession geplagten Westen sind enorm. Im Zuge des Aufbaus Ost fließen Milliardenbeträge in die neuen Länder. Milliarden, die mittels Solidarbeitrages in erster Linie von den Bürgern finanziert werden. Der Aufschwung jedoch lässt auf sich warten. Die Wirtschaft im Osten stagniert, die Arbeitslosigkeit wächst und aus vielen Regionen beginnen vor allem junge Menschen in den Westen abzuwandern, den Jobs hinterher. Auch der im Jahre 1998 gewählten ersten rot-grünen Bundesregierung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder gelingt es nicht, an der um sich greifenden resignativen Grundstimmung in den neuen Ländern viel zu ändern. Bei vielen enttäuschten Ostbürgern wird die Ost-Tal-Gie modern und die Nachfolgepartei der einst allmächtigen SED, die PDS, erhält enormen Zulauf. Im Westen stößt dieses Verhalten vielfach auf Unverständnis. Erst das Jahrhunderthochwasser im Erzgebirge und entlang der Flüsse Elbe und Mulde im August 2002 sorgt wieder für eine Art Wir-Gefühl und vor allem für eine Solidaritätswelle, die von West nach Ost schwappt und die inneren Trennlinien zumindest teilweise wieder hinwegspült. Außenpolitisch ist Deutschland auf dem stabilen Weg des neuen Selbstbewusstseins. Auch der umstrittene Euro kann an der positiven Grundeinstellung der Deutschen zu Europa nichts verändern. Die seit 2002 geltende neue Währung wird zwar von vielen als Teuro empfunden und nicht wenige trauern dem Symbol D-Mark hinterher, doch innerhalb kurzer Zeit sind die neuen Münzen und Scheine akzeptiert. Mindestens ebenso wichtig, gestützt auf Beschlüsse der Europäischen Union und auf Bitten der Vereinten Nationen ebnet die Politik den Weg für friedenssichernde Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Bis zu 7000 Soldatinnen und Soldaten tun Dienst im Kosovo und am Horn von Afrika, in Bosnien-Herzegowina und in Afghanistan. Ob Gebirgsjäger, Militärpolizisten oder Angehörige der Marine, im Einsatz gegen den um sich greifenden Terrorismus und für humanitäre Aktionen entsendet Deutschland Soldaten in alle Welt. Obwohl im UN-Sicherheitsrat noch kein ständiges Mitglied, nimmt der deutsche Einfluss auf die internationale Politik zu, ein von den meisten Nachbarn als friedlich und nutzbringend gewürdigter Einfluss. Auch im europäischen Kontext füllt Deutschland seit dem Jahr 2004 eine neue Rolle aus. Einst am Rande des Westens gelegen, ist die flächenmäßig größte Demokratie Europas, durch den Beitritt vieler neuer Mitgliedstaaten aus dem Osten, nun das geografische Zentrum der Europäischen Union. Warum auszuarbeiten? Zum ersten Mal seit Ende des Kontrollrats traten die vier Gouverneure wieder zu Verhandlungen zusammen. Es sollte auch das letzte Mal sein. Die Vereinbarung scheiterte an unannehmbaren Detailbedingungen beider Seiten. Die Westmächte verlangten ein Kontrollrecht über die Ostsonale Notenbank und die Sowjets verlangten ein Kontrollrecht über den Luftverkehr und den Außenhandel Berlins. Den Ausschlag für das Scheitern der Verhandlungen aber gab Ernst Reuter. Er organisierte die größte Massenkundgebung seit Kriegsende in Deutschland. 350.000 Berliner versammelten sich vor der Ruine des Reichstags. Mit heiserer Stimme, die Baskenmütze wie immer schräg auf dem Kopf, hielt Reuter seine aufpeitschendste Rede. Wir wissen, worum es heute geht bei den Verhandlungen im Kontrollratsgebäude. In allem diesem Handeln und Verhandeln wollen wir Berliner kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen, uns kann man nicht verhandeln, uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solchen tapferen, standhaften Volkes einen faulen Kompromiss zu schließen. Was dann geschah, hat Reuter vermutlich nicht gewollt. Die aufgeputschte Menge holte die rote Fahne, das Wahrzeichen des Sowjetsektors vom Brandenburger Tor, und versuchte, in den Ostsektor einzudringen. Es kam zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und sowjetischen Soldaten, die schließlich zur Schusswaffe griffen. Ein 15-jähriger Junge wurde getötet. Mit diesem Tage endeten die Verhandlungen zwischen West und Ost über die Einstellung der Blockade. Reuter hatte sich durchgesetzt. Die Westmark blieb, die Blockade ging weiter. Aber dazu kam jetzt auch noch die Spaltung der Stadt. Als Stalin sah, dass weder die Westmächte noch die Berliner irgendeinen Preis zahlen wollten, beschloss er wenigstens den Ostteil der Stadt fest in sein Imperium einzugliedern. Die Auflösung des Stadtparlaments von Groß-Berlin, das im Ostsektor seinen Sitz hatte, zerstörte die letzte Klammer, die die vier Sektoren noch zusammengehalten hatte. Mit Einbruch des Blockade-Winters, des Schlimmsten seit dem Ende des Krieges, fanden Wahlen in West-Berlin statt. Sie brachten der SPD 64,5 Prozent aller Stimmen und Reuter den Triumph seines Lebens. Jetzt konnte er offiziell sein Amt als Stadtoberhaupt antreten, auch wenn er nur noch zwei Drittel Berlins regierte. Stalin musste einsehen, dass er die Partie endgültig verloren hatte. Die Blockade hatte ihm nichts anderes eingebracht als die Unterwerfung des Ostsektors Berlins. Dafür musste er einen immensen Preis an Prestige und politischem Kapital bezahlen. Als die Blockade unter der Bedingung abgeblasen wurde, dass die vier Außenminister noch einmal über die deutsche Frage reden sollten, hatte der Westen über den sowjetischen Block triumphiert. Am 12. Mai 1949 um 0 Uhr hoben sich die Schranken zwischen Berlin und dem Westen. Nach 322 Tagen der Entbehrung war die Blockade beendet. Ein unbeschreiblicher Freudentaumel erfasste Berlin. Die ganze Not, die Angst und die Demütigung seit Kriegsende entluden sich in einem Siegesrausch, in dem alles Augenmaß verloren ging. Es war als rechte sich Berlin für die Eroberung von 1945. Zum ersten Mal seit ihrem Vormarsch an die Elbe hatte die Sowjetunion vor aller Augen eine Niederlage erlitten. Ernst Reuter und die Masse der Berliner sahen im Zusammenbruch der Blockade das Signal zum Gegenangriff. In seinem Aufruf am 12. Mai sagte Reuter, der Versuch uns auf die Knie zu zwingen ist gescheitert. Im Osten Berlins muss die Freiheit genauso hergestellt werden wie im Westen. Die Agenten einer fremden Macht, die dort unser Volk mit fremder Unterstützung sich unterworfen haben, werden wir dahin schicken, woher sie gekommen sind. Niemand und nichts wird uns hindern können, diesem ersten Sieg den zweiten folgen zu lassen, der unseren Brüdern im Osten die Freiheit bringt und damit Berlin endlich zu einer wirklich freien Stadt macht. Hier irrte Reuter. Die Westmächte, denen er den Sieg verdankte, dachten niemals daran, ihm auf dem Weg nach Osten zu folgen. Sie hatten ihre Interessensphäre abgrenzen wollen, das war ihnen gelungen, sie hatten nicht die Absicht, sich mit ihrem ehemaligen Verbündeten wegen der deutschen Einheit zu schlagen. Konrad Adenauer war bereits 73 Jahre alt, als er Bundeskanzler wurde. Er hatte von 1906 bis 1933 bereits in seiner Heimatstadt Köln eine erfolgreiche politische Laufbahn absolviert, die ihm als Kölner Oberbürgermeister seit 1917 so viel Ansehen eintrug, dass er 1926 als Kandidat für das Amt des Reichskanzlers im Gespräch war. Als demokratischer Politiker, von entschieden christlicher Prägung, wurde Adenauer von den Nationalsozialisten aus seinen politischen Ämtern entfernt. Die Distanz zur nationalsozialistischen Ära und der konsequente Rückzug ins Privatleben ermöglichten ihm nach 1945 die politische Tätigkeit wieder aufzunehmen. Die erste Regierung war in 13 Ressorts gegliedert. Von den klassischen Ministerien fehlte wegen der alliierten Vorbehaltsrechte das Auswärtige Amt. Für die drängenden aktuellen Aufgaben wurden Ministerien für Wiederaufbau, für Vertriebene, für gesamtdeutsche Fragen und für Marschallplan gebildet. Hauptsprecher der Opposition im Bundestag war der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei, der SPD-Abgeordnete Dr. Kurt Schumacher. Ein leidenschaftlicher kämpferischer Demokrat, der von 1933 bis 1944 von den Nationalsozialisten im KZ festgehalten worden war. Am 7. Oktober wurde die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, gegründet. Die Ostzone war nicht ganz halb so groß wie die drei Westzonen, besaß aber nur ein knappes Drittel ihrer Bevölkerung. Sie konnte sich noch weniger als die Westzonen auf autarke Strukturen stützen. Auch unter einem milderen Besatzungsregime hätte sie sich kaum aus eigener Kraft als Staat stabilisieren können. Jetzt, nach vierjähriger russischer Besatzung, aber war sie nichts anderes als ein ausgebluteter Torso. Das Gebiet der Ostzone war einst die Mitte Deutschlands gewesen. Schnittpunkt der Wirtschafts- und Verkehrsstränge, die von Breslau nach Hamburg, von Königsberg über Berlin nach Köln liefen. Jetzt waren die Stränge gekappt. Die Mitte war zum Osten geworden, ein isoliertes Gebiet abgeschnitten vom schlesischen Hinterland, von den Pommerschen und Ostpreußischen Kornkammern, von der Rohstoff- und Energieversorgung aus dem Westen. Zudem hatte Stalin seiner Besatzungszone das volle Joch der 10 Milliarden Dollar Reparationen auferlegt, die ursprünglich Gesamtdeutschland zugedacht waren. Erst 1950 reduzierte er die Summe auf Bitten der Regierung der DDR um drei Milliarden und 1954 erließ er den Rest, wobei nach Schätzungen westlicher Wirtschaftler die 10 Milliarden voll, wenn nicht sogar überbezahlt waren. So traf anfangs die Ostzone die ganze Wucht der sowjetischen Demontagen und Produktionsentnahmen. Vor dem Krieg waren Berlin und Sachsen die bedeutendsten deutschen Industriezentren nach dem Ruhrrevier. Im Gebiet der Ostzone wurde fast die Hälfte aller Werkzeugmaschinen, ein Drittel aller Automobile und der Großteil der optischen und feinmechanischen Geräte hergestellt. Nach Kriegszerstörungen und Demontagen war die Ostzone teilweise auf den Stand des 19. Jahrhunderts zurückgefallen. Vom Werkzeugmaschinenbau verblieben 15 Prozent, vom Automobil- und Motorenbau 10 Prozent der Kapazität. Nicht demontierbare Großanlagen wie Bergwerke und chemische Anlagen wurden in sowjetische Aktiengesellschaften SAG verwandelt und arbeiteten auf russische Rechnung. Sie machten über ein Viertel der verbliebenen Industriekapazität aus und wurden erst 1953 an die DDR zurückgegeben. Unter diesen Verhältnissen war der Ostsektor auch politisch zur Wüste geworden. Die Russen konnten nicht mehr hoffen, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, falls sie das überhaupt je beabsichtigt hatten. Nach vierjähriger Besatzung hatten sie das letzte politische Kapital verspielt. Es gab außer dem Moskauer Kern der SED-Führung kaum noch jemanden, auf den sie sich verlassen konnten. Es schien ein aussichtsloses Unternehmen aus dieser ausgepowerten, feindseligen Besatzungszone einen Staat machen zu wollen. Auf russische Unterstützung konnte die Ostzone nicht rechnen. Sie musste sich an den eigenen Haring, der im Westen Fuß gefasst hatte, weitere Abwanderer nach. In der DDR lebten schließlich trotz des Zustroms von Umsiedlern aus den Ostgebieten weniger Menschen als vor dem Krieg. Allmählich geriet die Parteispitze in Panik. Sie verschärfte die Repression. Ab 1957 stellte ein neues Passgesetz die Republikflucht unter Strafe, Gefängnis bis zu drei Jahren. Trotzdem schwoll der Flüchtlingsstrom weiter an. Schließlich war Westberlin der Stachel im Fleisch des Sozialismus das weithin sichtbare und jedermann zugängliche Erfolgssymbol des kapitalistischen Systems, das permanente Dementi der sozialistischen Errungenschaften. Der ostdeutsche Staat konnte erst stabilisiert werden, wenn das Schaufenster vernagelt und dieser Notausgang versperrt war. Khrushchev sah dafür nur einen Weg, den immer noch bestehenden Vier-Mächte-Status Deutschlands zu zerreißen, die Westmächte aus Berlin zu vertreiben und der DDR die Kontrolle über die Zufahrtswege durch einen Separatfrieden zu übertragen. Am 27. November 1958 stellte der Kreml-Herr den Westmächten ein Ultimatum. Als Frist für ein neues Abkommen setzte er sechs Monate. Die Westmächte reagierten auf Khrushchev-Offensive gelassen. Die russischen Vorschläge seien unannehmbar, ließen sie verlauten und keine vernünftige Grundlage für Verhandlungen zwischen souveränen Staaten. Zudem ordnete der damalige Präsident Eisenhower an, vor Ablauf des Ultimatums militärische Vorbereitungen zu treffen, die groß genug waren, um vom sowjetischen Nachrichtendienst bemerkt zu werden, aber nicht so groß, um öffentliche Unruhe auszulösen. Khrushchev hatte sich verrannt, noch ehe die Partie begonnen hatte. Da er nicht ernsthaft daran dachte, Gewalt anzuwenden, musste er Schritt für Schritt zurückweichen. Immerhin schlugen die Westmächte ein neues Außenministertreffen vor. Es wurde die letzte Deutschlandkonferenz der ehemaligen Siegermächte. Sie fand im Mai 1959 in Genf statt, zu einem Zeitpunkt also, an dem Khrushchev seine Berlin-Drohung hatte wahrmachen wollen. Die Russen rückten zwar in aller Form von ihrem Ultimatum ab, und der Westen sprach erstmals über einen Gesamtdeutschen Rat als Vorstufe zur Wiedervereinigung, doch beide Seiten hielten im Grunde den Status Quo für die Beste aller Möglichkeiten. Man ging ohne Groll und ohne weitere Drohungen auszustoßen auseinander. Zwar blieb die Berlin-Frage in der Schwebe, die Wiedervereinigung Deutschlands war aber mit dieser Konferenz von der internationalen Tagesordnung verschwunden. Doch das drängende Problem des Flüchtlingsstroms von Ost nach West blieb. Wollte die DDR nicht vollends ausbluten, musste sie handeln. Mit dem Instinkt der Umzingelten spürten die Leute in der DDR, was sich da zusammenbraute. Die Fluchtbewegung schwoll lawinenartig an. Von Januar bis August 1961 kamen 160.000 Menschen fast so viel wie im ganzen Vorjahr. Allein am 12. August wurden 2400 Flüchtlinge in Marienfelde registriert. Es waren die Letzten, die ohne Lebensgefahr Westberlin erreichten. Der 12. August war ein Samstag. Nachmittags um 16 Uhr unterzeichnete der Staatsratsvorsitzende der DDR Walter Ulbricht die Einsatzbefehle für die Volksarmee. Das sowjetische Oberkommando setzte die russischen Truppen in Gefechtsbereitschaft. Bei Anbruch der Nacht zogen die deutsch-sowjetischen Verbände einen Sperrkreis um Berlin. um 2 Uhr morgens rückten Pioniertruppen der Nationalen Volksarmee gesichert von Kampfverbänden ins Stadtzentrum vor und riegelten Ostberlin auf der ganzen Länge der Sektorengrenze ab. Die Errichtung der Mauer begann. Als der Sonntagmorgen dämmerte, saß der östliche Teil der Nation in der Falle. Der 13. August war für die Deutschen auf beiden Seiten der Mauer der größte Schock seit Kriegsende. Die totale Teilung von zwei deutschen Staaten war jetzt endgültig vollzogen. Im Ostteil der Stadt spielten sich an diesem Sonntag dramatische Szenen ab. Viele versuchten, die letzte Chance für die Flucht in die Freiheit zu nutzen. Menschen, deren Häuserfenster über Nacht vermauert wurden, nahmen schwere Verletzungen in Kauf, um sich vor dem Sozialismus zu retten. Berühmt wurde das Bild des Volksamisten, der in voller Ausrüstung über eine Stacheldrahtrolle setzte, um im Westen um Asyl nachzusuchen. Am schlimmsten jedoch war die Errichtung der Mauer für Familien, die plötzlich auseinandergerissen wurden. Töchter und Söhne, die sich während der Nacht vom 12. zum 13. August zufällig in West-Berlin aufgehalten hatten, kehrten nicht mehr zu ihren Eltern zurück, Frauen nicht zu ihren Männern, Männer nicht zu ihren Frauen. Gegenseitige Besuche gehörten von einem zum anderen Tag der Vergangenheit an. Es war eine Tragödie, die sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit in der geteilten Stadt abspielte. In den Jahren danach kam es immer wieder zu aufsehen erregenden und erfindungsreichen Fluchtversuchen. Diverse Tunnelsysteme wurden unter der Mauer gegraben, die die Offiziellen der DDR nicht müde wurden, einen antifaschistischen Schutzwall zu nennen. Flüchtlinge in Hohlräumen von Autos über die scharf bewachte Grenze geschmuggelt, einer Familie gelang die Flucht sogar mit einem selbst gebastelten Heißluftballon. Für Hollywood Grund genug einen aber so mancher Fluchtversuch endete auch im Kugelhagel der Grenztruppen. Die Empörung der Westdeutschen über jeden Toten an der Mauer war groß. Als die Teilung der Hauptstadt endgültig zementiert wurde, regierte im Bonner Kanzleramt immer noch Konrad Adenauer. Seine Politik der Stärke scheiterte an der Berliner Mauer. Vielleicht deshalb reiste er erst neun Tage nach dem 13. August nach Berlin und auch das nur auf Druck seiner eigenen Partei. Sein Plan, die Russen aus Deutschland heraus zu drohen, hatte sich als gewaltige Illusion erwiesen. Die Brutalitäten an der Grenze warfen die DDR auf dem Weg zur Anerkennung um Jahre zurück. Die Bundesrepublik setzte ihr ganzes Gewicht gegen den ostdeutschen Staat ein. Rigoros wurde die sogenannte Hallstein-Doktrin angewandt, die Entwicklungshilfe für Länder der dritten Welt einstellte, wenn die Empfänger auch nur Handelsbeziehungen zur DDR aufnahmen. Gleichzeitig verlängerte Bonn die Wehrdienstzeit auf 18 Monate, forderte statt der abgelehnten Nationalen eine multinationale Atomstreitmacht der NATO und erwirkte eine weitere Lockerung der Rüstungsbeschränkungen. Ab 1963 durften die Westdeutschen wieder U-Boote bis zu 1000 Tonnen bauen. Die Ära Adenauer näherte sich unwiderruflich ihrem Ende. Die Mauer brachte auch den Greisen Kanzler zu Fall. Fünf Wochen nach dem Mauerbau verlor die CDU bei den Bundestagswahlen die absolute Mehrheit. Die FDP, ohne die er nun nicht mehr regieren konnte, zwang dem 85-jährigen Regierungschef das Versprechen ab, in der Mitte der Legislaturperiode zurückzutreten. Am 15. Oktober 1963 räumte der erste Kanzler der Bundesrepublik seinen Stuhl. Ludwig Erhard, der gefeierte Vater des Wirtschaftswunders, wurde sein glückloser Nachfolger. Egon Barr, ein ehemaliger Berliner Journalist und danach Berater des Berliner Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, formulierte erstmals im Juli 1963 die Umrisse einer neuen deutschen Außenpolitik. Wenn es richtig ist, sagte er, dass die Zone dem sowjetischen Einflussbereich nicht entrissen werden kann, dann ergibt sich daraus, dass jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Diese Folgerung bedeutet, dass Veränderungen nur ausgehend von dem dort herrschenden verhassten Regime erreichbar sind. Die Mauer war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese Sorge dem Regime graduell so weit zu nehmen, dass auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte, Wandel durch Annäherung. Damit war ein Schlagwort geboren, das die deutsche Politik für das nächste Jahrzehnt beherrschen sollte. Nach dem Rücktritt Ludwig Erhards 1966 zogen die Sozialdemokraten bei den nächsten Wahlen erstmals in die Regierung ein. Von allen Fehlern, die Stalin in seiner dilettantischen Außenpolitik beging, war die Berliner Blockade der größte. Nachdem ihm nichts eingefallen war, um die Eingliederung Westdeutschlands in den entstehenden Westblock zu verhindern, griff er zum alten russischen Hausmittel der Gewalt. Die Geiselnahme der Stadt Berlin war sein letzter Versuch, die Gründung des westdeutschen Staates zu vereiteln. Er endete mit einer verheerenden Niederlage für den Roten Zaren. Stalin unterschätzte die doppelte Entschlossenheit der Westmächte, sich erstens durch die Blockade nicht von ihren Deutschlandplänen abbringen zu lassen und zweitens Westberlin zu halten. Er unterschätzte ferner den Widerstandsgeist der Berliner, die vor der russischen Gewalt nicht weichen wollten. Die Blockade machte aus Amerikanern und Deutschen erstmals wirkliche Verbündete und sie kostete die Sowjetunion die letzten Sympathien, die sie außerhalb der kommunistischen Partei noch in Deutschland besaß. Sie belastete die sowjetische Politik mit dem Brandmal unverhüllter Erpressung und zerstörte für Jahrzehnte alle Ansätze zu einer Verständigung. Zu alledem erreichten die Sowjets nicht, was sie wollten. Am Ende der Blockade standen sie vor der Bundesrepublik Deutschland und vor einer geteilten Stadt Berlin, in deren Westteil sie jeden Einfluss verloren hatten. Verloren war mit der Teilung Berlins allerdings auch das letzte Stück deutscher Einheit. Die Blockade überraschte weder die Alliierten noch den Berliner Magistrat. General Klee hatte schon damit gerechnet, als in London die Gründung des Weststaates beschlossen wurde. Den Vorwand zur Verhängung der Blockade bot den Russen die westliche Währungsreform. Am 18. Juni wurde sie im Westen verkündet. Wenige Stunden später befahl die sowjetische Militär Administration die Einstellung des gesamten Personenverkehrs zwischen West- und Ostdeutschland. Der Güterverkehr war zunächst noch nicht betroffen. Gleichzeitig verbot der russische Militärgouverneur Marshal Sokolowski die Einführung der neuen Westmark in die sowjetische Besatzungszone und im Gebiet von Groß Berlin. Drei Tage blieb das Schicksal Berlins noch in der Schwebe. Drei Tage brauchten die Russen, um auch in ihrer Zone eine Währungsreform aufzubauen. Sie bestand darin, dass die alten Geldscheine mit Coupons überklebt und wie im Westen 1 zu 10 abgewertet wurden. In diesen drei Tagen führten die Westmächte ein letztes Scheingefecht um die Einheit Berlins. Sie nahmen die Vier-Mächte-Verhandlungen im Finanzdirektorium des Kontrollrats, die sie bis dahin selbst boykottiert hatten, wieder auf und schlugen eine Sonderwährung für Berlin vor. Aber im Grunde wollten die Westmächte keine Einigung, die eine russische Mitsprache einschloss. Bei Einführung der Westmark in Westberlin verhängten die Sowjets die totale Blockade. Sie ließen infolge einer technischen Störung, wie es hieß, den gesamten Personen- und Güterverkehr auf der Straßen- und Eisenbahnstrecke Berlin-Helmstedt, der einzigen damals bestehenden Verbindung mit dem Westen, einstellen. Es folgten die Sperrung der Wasserstraßen, die Einschränkung der Gas- und Stromlieferungen an die Berliner Westsektoren, die Stilllegung von 19 Wasserpumpwerken. Damit war Westberlin mit 2,5 Millionen Einwohnern vom Westen abgeschnitten und seiner Versorgung aus dem Osten beraubt. Es blieb nur noch ein Weg offen. Der durch die Luft. Einen Tag nach Blockadebeginn landeten die ersten Transportmaschinen der US Air Force mit Lebensmitteln auf dem Tempelhofer Feld. Ein neues Wort wurde populär, die Luftbrücke. Die Blockade Berlins stellte den einstigen Pionieroffizier und Nachschubstrategen Clay vor die Aufgabe seines Lebens. Die nächsten elf Monate wurden der Höhepunkt seiner Laufbahn und machten ihn zum Helden der Stadt. Zunächst zeigte Clay Flagge auf der Straße. Er organisierte Verkehrsstreifen im US-Sektor und ließ alle Russen anhalten, die zu schnell fuhren. Am zweiten Tag der Blockade machten seine Jungs einen großen Fang. Sie erwischten Marschall Sokolowski auf der Fahrt zu seiner Babelsberger Residenz. Clay Clay hat Leibwachen begingen den Fehler mit der Waffe in der Hand heraus zu springen. Unsere Streife setzte Sokolowski unverzüglich ein Gewehr auf die Brust. Beinahe eine Stunde lang wurde er festgehalten, bevor ein amerikanischer Offizier eintraf, der ihn auf freien Fuß setzte. Eine Woche später stand Clay dem Marschall in Babelsberg gegenüber. Die drei westlichen Militärgouverneure sollten im Auftrag ihrer Regierungen Kontakt mit dem sowjetischen Oberbefehlshaber aufnehmen. Sokolowski empfing sie eisig, besonders den Mann, dessen Soldaten ihn gedemütigt hatten. Die westlichen Gouverneure fragten, wie lange die Blockade denn dauern würde. Sokolowski gab darauf keine Antwort, aber er erklärte seinen Kollegen, dass es nicht nur um die Währungsreform, sondern auch um den westdeutschen Staat ginge. Nach genau 30 Minuten verabschiedeten sich die Besucher aus dem Westen. Sie wussten nun, woran sie waren. Bedingung für die Aufhebung der Blockade war der Verzicht auf den westdeutschen Staat. Dazu war jedoch keine der drei Regierungen bereit. Die Alliierten trotzten der Blockade und bauten die Luftbrücke aus. Der Rekord wurde im April 1949 mit 13.000 Tonnen Fracht an einem einzigen Tag erreicht. Alle 63 Sekunden landete eine Maschine auf einem der drei West-Berliner Flugplätze. Dennoch konnte die Luftbrücke nicht mehr als das Existenzminimum der Berliner sichern. Die noch in Trümmern liegende Stadt sank erneut in Agonie. Aus Mangel an Energie mussten zahlreiche Betriebe schließen. 150.000 Menschen waren arbeitslos. Das Leben war grau und bitter. Es gab kaum Kohle und nur vier Stunden Strom am Tag. In diesen entbehrungsreichen Monaten wuchs die Erbitterung einer ganzen Generation Berliner gegen die Russen und wurde an die Kinder weitergegeben. West-Berlins führender Sozialdemokrat Ernst Reuter rief zum Durchhalten auf. In Berlin ist es kalt, aber in Sibirien ist es noch kälter, sagte er. Damals boten die Sowjets allen West-Berlinern an, über die Lebensmittelstellen im Ostsektor die höheren Ostrationen zu beziehen. Von 2,5 Millionen West-Berlinern machten gerade 85.000 von dem Angebot Gebrauch. Das waren noch nicht einmal vier Prozent der Bevölkerung. ein Pokerspiel. Einsatz waren die Nerven der Berliner. Weder die Russen noch die Amerikaner wollten das Spiel überreizen. Nach einem ergebnislosen Notenwechsel klopften die Westmächte beim Kreml an und ließen ihre Botschafter um ein Gespräch mit Stalin bitten. Am 2. August 1948 abends um 9 Uhr empfing der Georgier die drei Diplomaten. Er war bester Laune und hörte geduldig zu, Botschafter erklärte, eine Blockade sei doch wohl nicht der geeignete Weg, Meinungsverschiedenheiten zu klären. Stalin war höchst erstaunt. Es sei nicht seine Absicht, die Westalliierten aus Berlin zu vertreiben, schließlich sind wir trotz allem noch Verbündete. Stalin schreibt Bedell Smith weiter, lehnte sich in seinen Sessel zurück, zündete sich eine Zigarette an, lächelte mir zu und sagte, wollen wir die Sache heute Abend noch regeln? Natürlich wollte das der Botschafter. Stalin schlug vor, die Ostmark als alleiniges Zahlungsmittel in Berlin einzuführen, dafür die Blockade aufzuheben und den Verzicht auf eine westdeutsche Regierung nicht mehr zur Bedingung zu machen. Das war ein unerhörtes Angebot. Bedell Smith, wir waren außerordentlich ermutigt und hatten den Eindruck, dass eine Regelung der Berlin-Krise sofort erreicht werden könne. Aber wie schon in früheren Konferenzen korrigierte der sowjetische Außenminister Molotow die konziliante Haltung seines Chefs. In den nachfolgenden Verhandlungen bestand der Außenminister wieder auf einer Vertagung der westdeutschen Regierungsbildung und als die Botschafter drei Wochen später abermals um eine Audienz bei Stalin baten, holte auch der Kreml-Chef diese ursprüngliche Bedingung wieder zehn Minuten zu einer Vereinbarung kommen können, wenn wir den Verzicht auf die Londoner Empfehlungen angeboten hätten, aber dies war natürlich für uns unmöglich. Das Gespräch verschaffte Stalin die Gewissheit, dass die Westmächte den geforderten Preis nicht zahlen würden. So versuchte er noch einmal wenigstens die Währungskontrolle über Berlin zu gewinnen und kam auf seinen ersten Vorschlag zurück, Abzug der Westmark gegen Aufhebung waren im Prinzip einverstanden, zumal die Ostmark bis dahin auch in Westberlin parallel zur Westmark vollgültiges Zahlungsmittel war. So beauftragten die vier Besatzungsmächte ihre Militärgouverneure eine entsprechende Vereinbarung, eine Armee von 500.000 Mann aufstellen, die Truppe insgesamt der NATO unterstellt werden. Der einzige Preis, den die Bundesrepublik zahlen musste, war das Saarland. Es sollte ein europäisches Statut bekommen, das die Bindung an Frankreich vertraglich absegnete. Doch auch dieser Preis wurde schließlich nicht gezahlt. In einer Volksabstimmung lehnte die Saarbevölkerung das Statut ein Jahr später mit zwei Drittel Mehrheit ab. In Moskau lösten die Pariser Verträge Krisenstimmung aus. Was die Westmächte in größter Hast durchgepeitscht hatten, musste sich aus der Perspektive des Kreml bedrohlich ausnehmen. Die Westdeutschen waren zwar eingebunden in einer internationalen Truppe, aber sie hatten jetzt freie Hand, eine nationale Armee aus dem Boden zu stampfen und wieder eine Rüstungsindustrie für alle konventionellen Waffen aufzubauen. Sie saßen gleichberechtigt in den höchsten Militärstäben der NATO und waren zum privilegierten Verbündeten der USA avanciert. Zu alledem bot das innenpolitische Panorama der Bundesrepublik ein beunruhigendes Bild, die Restauration lief auf vollen Touren, der Kalte Krieg und die Remilitarisierungskampagne hatten nicht nur zur Entstehung neofaschistischer Gruppierungen geführt, das ganze Land war weit nach rechts abgerutscht. Selbst in der Regierung saßen einstige Mitglieder der NSDAP und einige von ihnen schienen 1945 wohl ihr Parteiabzeichen, nicht aber ihre Gesinnung abgelegt zu haben. Vertriebenen Verbände und Traditionsvereine der Wehrmacht und der Waffen-SS propagierten unverhüllt die militärische Lösung der deutschen Frage, während gegen die KPD Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt wurde. Alles in allem schien die Bundesrepublik unaufhaltsam in einer revanchistischen, neofaschistischen Strömung zu versinken. Ihr Anschluss an die westliche Militärallianz musste das bestehende Kräfteverhältnis entscheidend zu Ungunsten der Sowjetunion verändern. Wenn es für Moskau überhaupt eine Möglichkeit gab, den Einzug der Deutschen in die NATO zu verhindern, dann bestand sie darin, ihnen die Wiedervereinigung anzubieten und gleichzeitig die Konsequenzen für den Fall der Ablehnung klarzumachen. Am selben Tag, als Konrad Adenauer in Paris die Verträge unterschrieb, startete Moskau seine letzte Gegenoffensive. In einer Note an die Westmächte schlug die Sowjetregierung ihren ehemaligen Verbündeten eine Konferenz über eine europäische Gesamtregelung vor. Themen sollten sein, erstens Wiedervereinigung Deutschlands und Durchführung gesamtdeutscher freier Wahlen, zweitens Abzug der Besatzungstruppen, drittens ein gesamtdeutscher Sicherheitspakt. In der Frage freier Wahlen kamen die Russen im Westen einen entscheidenden Schritt entgegen. Sie erklärten sich bereit, über den sogenannten Iden-Plan zu verhandeln, der freie Wahlen als östliche Vorleistung zur Wiedervereinigung forderte. Die Sowjetunion ist der Meinung, dass Möglichkeiten vorhanden sind, ein Übereinkommen in dieser Frage herbeizuführen, hieß es in der Note. Es musste einen Mann wie Khrushchev erbittern, dass ihm auf dieses Angebot statt sachlicher Argumente nur das höhnische Wort Propaganda entgegentönte. Keiner der Regierenden im Westen, am wenigsten die Bundesregierung, schien ernst zu nehmen, was ebenfalls in dieser Note stand. Im Falle der Verwirklichung dieser Beschlüsse, gemeint waren die von Paris, wird Westdeutschland nicht mehr als ein friedliebender Staat betrachtet werden können, was auf lange Zeit hinaus die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands unmöglich machen wird. Die Westmächte lehnten die vorgeschlagene Konferenz ab. Darauf traten in Moskau die Ostblockstaaten einschließlich der DDR zusammen und bereiteten eine Gegen-NATO vor. Sie erklärten, die Teilnehmerstaaten dieser Konferenz geben ihren Entschluss bekannt, im Falle der Ratifizierung der Pariser Abkommen gemeinsame Maßnahmen bei der Organisierung der Streitkräfte durchzuführen. Neun Tage nachdem die in Paris geschlossenen Verträge am 5. Mai 1955 in Kraft traten, wurde der Warschauer Pakt gegründet. Die DDR auch militärisch dem Ostblock angeschlossen. Zehn Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht rückten in West und Ost wieder deutsche Soldaten in Kasernen ein. Die einen trugen amerikanische, die anderen russische Stahlhelme. Die Teilung Deutschlands war vollendet. In Westdeutschland ging es rasant bergauf. Dass Deutschland zum ersten Mal wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen durfte und auf Anhieb auch Weltmeister wurde, schien ein deutliches Zeichen für den Aufschwung zu sein. Ein gewisser Alfred Dassler aus Herzogenaurach hatte den deutschen Kickern in der Halbzeitpause eigenhändig Stollen unter die Schuhe geschraubt, durch die die deutschen Kicker einen 0 zu 2-2-Rückstand gegen die hochfavorisierten Ungarn aufholten und mit 3 zu 2 gewannen. Die Firma Adidas sollte Weltruf erlangen. Ratschießt! Tor! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Motoren im Finale in Bern. Ein Max Grundig baute in Fürth die ersten Radioboxen zusammen. Karl Borgwart schaffte es mit seinen technisch ausgetüftelten Fahrzeugen zum viertgrößten deutschen Autohersteller. Petticoat und Nierentische waren der letzte Schrei. Die Kruppwerke produzierten wieder Stahl und die Schauspielerin Hildegard Knef schockte durch ihren blanken Busen auf der Filmleinwand eine ganze Nation. Die Deutschen hatten durch den Krieg und die entbehrungsreichen Jahre danach einen ungeheuren Nachholbedarf. Der Fresswelle folgte der Einrichtungsboom, schließlich entwickelten sich die Kriegsverlierer zu Reiseweltmeistern. Diesen Rekord halten sie bis heute. Inzwischen werden jährlich etwa 30 Milliarden Mark für den Urlaub im Ausland ausgegeben. Ludwig Erhard konnte voller Stolz verkünden, wir sind wieder wer. Die Bundesrepublik gehörte als Gründungsmitglied zu den Mitunterzeichnern der römischen Verträge, die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründeten. Die Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik lief in gewisser Weise spiegelbildlich zu der des westdeutschen Staates. Der Arbeiter- und Bauernstaat trat dem osteuropäischen Wirtschaftsverbund Comicon bei, erhielt von der Sowjetunion 1954 eine scheinbare Unabhängigkeit und marschierte ideologisch in Reih und Glied mit den anderen kommunistischen Bruderstaaten. Doch der Flüchtlingsstrom von Ost nach West riss nicht ab, man sprach von Republikflucht. Als das DDR-Regime rücksichtslos die Kollektivierung der Landwirtschaft vorantrieb, schwoll die Flüchtlingswelle noch einmal dramatisch an. Von Januar bis August 1961 entschieden sich nahezu 200.000 Menschen für die Flucht in den Westen. Ein ungeheuerlicher Aderlass für die DDR, der entschlossene Gegenmaßnahmen erforderte, wenn das Regime überleben wollte. Nach heftigen Diadochenkämpfen im Kreml hatte sich Khrushchev als neuer Roter Zar durchgesetzt. Er war beherrscht von dem Ehrgeiz, als ebenbürtiger Partner des Westens anerkannt zu werden. Der Start eines künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn befreite die Sowjetunion vom Odium der ewigen Zurückgebliebenen. Politiker und Militärs waren dabei weniger von den piepsenden Funksignalen aus dem All beeindruckt, als vielmehr von der Rakete, die den Satelliten in die Umlaufbahn geschossen hatte. Sie konnte jeden beliebigen Punkt der Erde erreichen. Beflügelt von dem gewaltigen Prestigegewinn ging Khrushchev zur außenpolitischen Offensive über. Er begann dort, wo Stalin zehn Jahre zuvor gescheitert war, in Berlin. Er wollte das Loch stopfen, durch das jährlich Hunderttausende aus der DDR in den Westen abwanderten und damit den Sozialismus diskreditierten. Da die Aussicht der Bevölkerung auf eine Besserung der Verhältnisse gering war, verließen gerade die Jungen, die Tüchtigen, die Risikobereiten das Land zwischen Elbe und Oder. Zumal das auch relativ einfach war. Man fuhr nach Ostberlin und stieg in die S-Bahn nach Westberlin. Kam unterwegs eine Fopostreife, konnte man immer noch auf dem letzten Ostbahnhof aussteigen. War man im Westen angelangt, meldete man sich im Notaufnahmelager und wartete auf einen Flug in die Bundesrepublik. Bonn förderte die Abwanderung. Ein unkompliziertes Aufnahmeverfahren und großzügige finanzielle und soziale Starthilfen erleichterten allen Flüchtlingen die Ansiedlung in der Bundesrepublik. Fachkräfte von drüben waren begehrt, weil sie gut ausgebildet und an straffer Arbeitsdisziplin gewöhnt waren. So zog jeder Flüchtling aus dem Sumpfziehen. Die SED, die zwangsvereinigten Kommunisten und Sozialdemokraten, beschlossen einen ersten Zweijahresplan. Das Ziel war bescheiden und schien dennoch unerreichbar. Bis Ende 1950 sollte die Produktion auf 81 Prozent des Standes von 1936 steigen. Als der Plan verkündet wurde, betrug selbst die Produktion von Ziegelsteinen nach DDR-Quellen nur 16 Prozent von 1936. Das Mittel zur Produktionssteigerung übernahm die SED von den Russen. Es war üble Menschenschinderei. Aber eine andere Möglichkeit gab es nicht. Nach dem Muster des russischen Grubenarbeiters Alexei Stachanov, der 1935 die Übersollkampagne in der Sowjetunion einleitete, baute die SED einen deutschen Wunderarbeiter auf, den Hauer Adolf Hennecke. In der Grube Karl Liebknecht bei Zwickau übertraf er das Soll um 380 Prozent und wurde fortan zum Aushängeschild des sozialistischen Leistungswillens. Übersoll, freiwillige Verpflichtungen, Aufbauschichten, das waren nun Schlagworte einer Kampagne, die das letzte an physischer und psychischer Kraft aus den Arbeitern herausholte, ohne ihnen bessere Lebensbedingungen zu geben. Es dauerte fünf Jahre, bis der aufgestaute Druck zur Explosion führte. Von westdeutscher Seite wurde der östliche Bruder wegen der fehlenden demokratischen Legitimation ihrer Regierung politisch und rechtlich als unakzeptabel abgelehnt. Diese Haltung wurde durch einige Entscheidungen in Ostberlin noch verstärkt. Das DDR-Regime erklärte im Görlitzer Vertrag mit Polen am 6. Juli 1950 die Oder-Neiße-Linie zum Beispiel als endgültige deutsche Ostgrenze. In der Prager Erklärung am 23. Juni bezeichnete Ostberlin gegenüber der Tschechoslowakei die Vertreibung der Sudetendeutschen als gerecht und unabänderlich. Bereits im Sommer 1948 hatte die sowjetische Besatzungsmacht kasernierte deutsche Polizeiverbände aufgestellt, in denen eigentlich die Vorläufer einer sowjetzonalen Armee gesehen werden konnten. Die Spaltung Deutschlands hatte sich seit 1952 weiter vertieft. Nachdem der Westen die russische Wiedervereinigungsofferte abgelehnt hatte, trieb Moskau die Ostintegration der DDR voran. Der Startschuss fiel im Juli 1952. Mit einer propagandistischen Großoffensive proklamierte die SED den Aufbau des Sozialismus. Das hieß in der Praxis Ausschaltung der privaten Betriebe in Handel, Industrie und Landwirtschaft, Aufbau einer eigenen Schwerindustrie trotz fehlender Rohstoffe, verstärkter Kampf gegen die Opposition innerhalb und außerhalb der Partei und schließlich Organisation bewaffneter Streitkräfte. Es ging Schlag auf Schlag. Im Juli 1952 wurde die föderative Staatsstruktur beseitigt. Die fünf Länder wurden aufgelöst, das Territorium der DDR in 14 Bezirke gegliedert. Im Oktober wurde eine Justizreform verkündet, die die Unabhängigkeit der Richter und Rechtsanwälte beseitigte. Die Volkspolizei erhielt militärische Ränge und neue der Sowjetarmee ähnliche Uniformen. Sowjetische Offiziere übernahmen die Ausbildung. Parallel zu Parteisäuberungen hagelte es Terrorurteile gegen die Bevölkerung. Ein Pfarrer in Annaberg-Buchholz erhielt zehn Jahre Zuchthaus wegen verleumderischer Hetze. Vier Bauern wurden vom Bezirksgericht Erfurt zu insgesamt 50 Jahren verurteilt, weil sie versucht haben, die demokratische Entwicklung auf dem Dorf aufzuhalten. Doch der Terror konnte die Lage nicht stabilisieren. Er führte lediglich dazu, dass Teile der Bevölkerung flüchteten. Die Arbeitsmoral sank. Wir tun so, als ob wir arbeiten. Der Staat tut so, als ob er uns bezahlt. war bald ein geflügelter Spruch im Osten. Am 5. März 1953 lässt eine Blitzmeldung aus Moskau die Welt aufhorchen. Stalin ist tot. Eine gespenstische Stille breitete sich plötzlich von der mongolischen Grenze bis Wittenberge an der Elbe aus. Nach der Beerdigung des Roten Zaren geht an die Bruderparteien in Osteuropa die Order, kürzer zu treten. Besonders die deutschen Genossen werden ermahnt, den Bogen nicht zu überspannen. Die DDR ist das schwächste Glied in der Kette der sozialistischen Länder. Die neuen Herrscher im Kreml wollen in Berlin keine Schwierigkeiten, bevor das Rote Reich nicht wieder konsolidiert ist. Tatsächlich widersetzt sich das DDR-Regime unter dem Hardliner Walter Ulbricht zunächst den weichen Empfehlungen aus Moskau. Im Gegenteil, er zieht die Zügel noch straffer an. Im April erlässt die Regierung einschneidende Lebensmittelverordnungen. Alle Selbstständigen sowie Ostberliner, die in Westberlin arbeiten, erhalten ab sofort keine Lebensmittelkarten mehr. Kurz darauf werden die Preise für Grundnahrungsmittel erhöht und schließlich die Arbeitsnormen abermals heraufgesetzt. Die Grenze des Erträglichen ist damit erreicht. Ein Funke genügt jetzt, um die aufgestaute Spannung zur Entladung zu bringen. Aus Moskau kommt der kategorische Befehl, den Kurs unverzüglich zu korrigieren. Am 9. Juni 1953 zieht die SED die Notbremse. In einer öffentlichen Erklärung gibt das Politbüro zu, dass seitens der SED und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern begangen wurden. Die Interessen solcher Bevölkerungsteile wie der Einzelbauern, der Einzelhändler und der Handwerker der Intelligenz wurden vernachlässigt. Eine Folge war, dass zahlreiche Personen die Republik verlassen haben. Das Politbüro nimmt fast alle Anordnungen der letzten Zeit zurück. Es verspricht, private Betriebe zu fördern, beschlagnahmte Geschäfte und Höfe zurückzugeben, die Lebensmittelpreise wieder zu senken, die Sperre der Lebensmittelkarten und die Reisebeschränkungen aufzuheben. Nur eines wird den Menschen nicht versprochen, die Herabsetzung der Arbeitsnormen. Aber gerade dieser Punkt hatte die Arbeiter am meisten verbittert. Als am 16. Juni ausgerechnet das Gewerkschaftsblatt Tribüne die Heraufsetzung der Normen verteidigt, bricht ein Aufstand los. Auf den Baustellen in der Stalinallee, der neuen Prachtstraße Ostberlins, wird plötzlich von Streik gesprochen. Die Bauarbeiter sammeln sich zum Demonstrationszug ins Regierungsviertel. Stunden später wird daraus ein Generalstreik. Und am nächsten Tag befindet sich die ganze DDR in Aufruhr. Es ist wie ein Steppenbrand. Es geht auch nicht mehr um Normen und Lebensmittelpreise. Es geht jetzt um das ganze System. Gegen die Volkspolizei, gegen die SED, gegen die Russen, für freie Wahlen und für Wiedervereinigung. Die Staatsmacht der DDR bricht über Nacht zusammen. Die Sowjetunion sieht sich dem ersten Volksaufstand in ihrem Machtbereich gegenüber. Das Oberkommando in Karlshorst verhängt den Ausnahmezustand. Panzer rollen durch Ostberlin. Es dauert keine 24 Stunden. Dann haben die Sowjets die Situation wieder unter Kontrolle. Rund 90 Personen werden standrechtlich erschossen, mehrere Tausend verhaftet. Der spontane Aufstand erlischt wie ein Strohfeuer. Als am 25. Juni 1950 völlig überraschend nordkoreanische Truppen die Grenze zu Südkorea überschritten, war Europa alarmiert. Die Parallele zum ebenfalls zweigeteilten Deutschland drängte sich auf. Der britische Oppositionsführer Churchill sprach sich im Europarat als erster für die Aufstellung einer westeuropäischen Armee aus, in die auch deutsche Truppenkontingente integriert werden sollten. Der Bundesrepublik Deutschland als immer noch besetztem Staat war jedoch das Aufstellen einer Armee untersagt worden. Als Begründung für diese nun veränderte Haltung gegenüber den Deutschen unter Waffen führte Churchill neben den Ereignissen in Korea auch die Militarisierung der Sowjetzone an. Neun westeuropäische Staaten, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Portugal hatten sich bereits am 4. April 1949 mit Kanada und den USA zum Verteidigungsbündnis der NATO North Atlantic Treaty Organization zusammengeschlossen. Es war nun an den Politikern, besonders in den ehemals von der deutschen Wehrmacht besetzten Ländern, den Widerwillen gegen deutsches Militär zu überwinden. Nach jahrelangen Konferenzen, bei denen vor allem der französische Widerstand gebrochen werden musste, wurde am 23. Oktober 1954 die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der NATO besiegelt. Die Bundesrepublik sollte nicht ganz lange, sondern schwer mit dem EU-Empflicht in der EU-Empflicht und das wir haben